Ich hab's nicht, bitte. Ich hab's nicht wirklich. Ach, Herr Thies, das geht jetzt schon seit einer Stunde so. Und langsam müssen wir irgendwie Fortschritte machen. Aber ich hab nicht so viel Geld. Bei weitem nicht so viel Geld, wie Sie glauben. Herr Thies, heute ist Weihnachten das Fest der Liebe und der Aufrichtigkeit. Und was machen Sie? Sie lügen uns an. Sie lügen uns ganz schön frech ins Gesicht, Herr Thies. Nein, nein, ich lüge nicht wirklich. Der reichste Juwelier in der Stadt und hat kein Geld, seine Schutzengel zu zahlen. Soll ich Ihnen das glauben? Soll ich Ihnen das glauben? Was meinst du, Sie? Mein Freund hier glaubt Ihnen auch nicht. Und wissen Sie auch, warum? Weil wir ganz genau wissen, dass Sie das Geld haben, Herr Thies. Ich hab' 1.000 Euro hier. 1.000 Euro. Sie haben absolut recht, Herr Thies. Weihnachten ist natürlich auch ein Fest der Freude. Lasst uns singen. Oh, du fröhliche, oh, du selige, nahe, klingende Weihnachtszeit. Hohe Weihnachten, Herr Thies. Was ist denn nun? Ja, immer mit der Ruhe. Ich kaufe ja nicht jeden Tag einen Weihnachtsbaum. Ach, wirklich? Der. Der. Nee, der nicht. Der da hinten. Das ist eine gute Wahl. Wenn der ein bisschen größer wäre, dann... Guter Mann. Was für einen Baum möchten Sie denn nun? Mir persönlich wäre es ja egal, aber heute Abend kommen ein paar Leute zum Essen. Und da sollte der Baum möglichst breiten Geschmack treffen. Einen breiten Geschmack? Ja, es gibt Ente an Orange. Welcher wird denn dazu passen? Das ist nicht Ihr Ernst. Ich nehme den hier, das ist der Schönste. Moment, den habe ich gerade gekauft. 60 Euro? 60 Euro? Dafür kriege ich woanders den ganzen Wald. So, Frau Neuhaus. Ich muss noch ein paar Geschenke kaufen für heute Abend. Habe ich Ihnen erzählt, wir feiern dieses Jahr mit einer richtigen Kommissarin. Haben Sie irgendeine Idee, was man einer Kommissarin schenken könnte? Was Witziges? Was Seriöses? Naja, ich werde schon irgendwas finden. Finde ich übrigens total nett von Ihnen, dass Sie extra meinetwegen gewartet haben. Ich finde sowieso, das ist das Besondere hier in dieser Kanzlei. Das Menschliche. Dass man sich hier noch persönlich frohe Weihnachten wünscht. Nein. Frau Neuhaus? Frau Neuhaus? Frau Neuhaus? Und wisst ihr eigentlich auch, was der Fels am Gänsehessen ist? Na, die Klöße! Ich weiß doch was besser, das ist auch die Klöße! Die Beule! Ich gehe mal ein bisschen an die frische Luft. Ich danke, da wird zwei! Weißbrot? Hab ich Eier? Hab ich Pflaumen? Sind da Orangenmarmelade? Nee, wo ist denn diese Orangenmarmelade? Ach nee. Warum hab ich mich darauf eingelassen? Ah, da ist sie ja. Springer bei Wilsbach? Hier ist Kriminalkommissar Oberbeck. Oberbeck. Aua! Trotzdem schöne Weihnachten. Was? Schau aus Blödsinn! Ich weiß, dass Sie Kriminalkommissar sind. Was gibt's? Nichts. Absolut nichts. Warum stören Sie mich dann mitten in den Vorbereitungen zu meiner Ente à l'Orange? Ente mit Orangen? Und das kochen Sie für Wilsberg? Nicht nur. Es kommen ein paar Menschen, die mir lieb und teuer sind. Oh. Na dann. Ich mein, ich mach hier sowieso noch Dienst. Doppelschicht sozusagen. Leiter der Mordkommission und des Raubdezernats. Deswegen rufe ich auch nicht an. Sondern wegen des Lageberichts. Die Lage ist ruhig. Fast schon auffällig ruhig. Es ist Weihnachten, Oberbeck. Es ist völlig normal, dass alles ruhig ist. Ja, natürlich. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich hier alles im Griff habe. Sie können beruhigt feiern. Ach, wenn schon alles ruhig ist. Lieber Oberbeck, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Ich bräuchte dringend ein Gläschen Orangenmarmelade. Das weiß ich, dass Sie das nicht im Büro haben. Ich dachte ja auch eher, dass Sie losgehen und das kaufen. Na, Egon? Kommst du zu meiner Privatparty hier draußen? Bist du das, Ecke? Ja. War mir zu heiß und zu laut da drin. Ja, ein bisschen. Aber wir können froh sein, dass die Feuer überhaupt stattfindet. Ja, auf den letzten Drücker. Nur weil die Engel letzte Woche keine Zeit hatte. Die Engel? Ja, Sekretärin vom Chef. Ah. Aber du meinst, Herr Grabowski will was von hier? Sieht doch ein Blinder ab. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Ja, ich bin neu. Ich häng den ganzen Tag in der Telefonzentrale. Da krieg ich das alles nicht mit. Da hast du eh nichts verpasst, glaub mir. So, genug gefroren, oder? Gehen wir wieder rein? Ja. Weißt du, wo hier die Toiletten sind? Jo. Komm mit, ich bring dich. Ah, danke. Ist nett von dir. So, kein Problem. Ist Weihnachten nicht auch ein Fest des Schenkens? Wollen wir Ihre Familie nicht ein Geschenk machen, müssen wir es noch heute mit der Post verschicken. Was meinen Sie? Den Ring. Nein. Nein, nicht den Ring, Ertis. Er Empfänger. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Guten Tag. Ich suche ein Geschenk für eine Dame in den besten Jahren. Oh, das ist ja wunderschön. Oh, das ist ja wunderschön. Nicht wahr. 18 Karat Gelbgold mit einem eingeschliffenen Balian. Viertelkaräter. Ach, nur Viertelkarat? Dann ist es bestimmt nicht so teuer, oder? Sehr preiswert. 1600 Euro? Ja. Wirklich preiswert. Sagen Sie, haben Sie auch Anhänger? So, um die 20 Euro? Danke, Heike. Gerne. So, Corinna, du bist gerade draußen auf dem Weihnachtsmarkt. Wirklich schöne Christbäume noch auf den letzten Drücker zu finden, ist jetzt wirklich schwierig geworden. Kannst du das bestätigen? Ja, kann ich. Redest du mit mir? Du redest mit mir? Oh, you better watch out. Hasta la vista, Baby. Noch billiger wären dann nur noch die aus Weißblech. Aber die führen wir nicht. Ich bin glimusik. Ich bin flertig. Das war's. Ich bin glimusik. Ich bin glimusik. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das denn? Ach, was wird das schon sein? Das war's. 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 ganz dringend ein gläschen orange marmelade die brauche ich das weiß ich auch nicht woher du die kriegst georg mein auto sagt mir dass das ein witz ist moment anna ich bin nicht schuld mir ist einer drauf gefahren ich hab zeugen die frau von dem chef das war nicht seine frau vergiss es die sagen nichts aus sie alles verbeult wieso wieso weil die wohl jemand hinten drauf gefahren ist wieso die nichts aussagen wenn die eine affäre haben die streng geheimes wieso liegt denn da ein weihnachtsbaum auf meiner kühlerhaube der ist runtergefallen wie runtergefallen vom himmel oder was der zerkratzt doch die ganze motorhaube und was macht die ganze polizei hier das weiß ich doch auch nicht jetzt lassen wir in ruhe weiter telefonieren wir brauchen marmelade georg hast du drogen genommen also verstehe ich das richtig sie wollen damit andeuten der weihnachtsmann war hier ja der weihnachtsmann war hier und hat ihr geschäft überfallen natürlich nicht der echte weihnachtsmann ein als weihnachtsmann verkleideter gangster das habe ich schon verstanden frau goldkamp ich würde mal sagen dann gehen wir doch direkt eine fahndung raus mit welcher personenbeschreibung haben sie doch gehört rote jacke rote hose schwarz stiefel weiße bart sie wollen nach dem weihnachtsmann fanden nicht nach dem weihnachtsmann nach einem als weihnachtsmann verkleideten täter und sie meinen der täter behält die ganze zeit das kostüm an ja wer ist hier der chef wer stellte die fragen hat eigentlich irgendjemand hier mein handy gesehen ja an der orangenmarmelade bekomme ich jetzt endlich eine antwort ja unser ganzes weihnachtsfest irgendwie an mir ich muss den baum besorgen ich muss die küche stellen jetzt muss ich orangenmarmelade kaufen ich hab's mit fahrerflug zu tun du sitzt in der zeit in der kneipe und feierst und alix ist irgendwo bummeln und shoppen ich bin überfallen worden was wann eben gerade beim juwelier tees und ist ja was passiert nein es ging alles ganz schnell nur die verkäuferin ist ein bisschen durch den wind warum überfällt man nicht beim juwelier doch nicht mich der juwelier wurde beraubt ruft einfach die polizei oberbeck ist doch links da naja kann der täter sicher gratulieren wie sah denn aus rufe weg wie immer ich meine der täter ach so unverwechselbar er war als weihnachtsmann verkleidet wie als weihnachtsmann weißt du nicht wie ein weihnachtsmann aussieht moment seiner ist mir doch vorhin vor das auto gelaufen heute ist weihnachten die ganze stadt wimmelt von weihnachtsmännern aber nicht jeder überfällt ein juwelier läuft mir dann vor den wagen das ist doch egal jetzt schaff lieber den baum vor meinem auto fass mal mit an der muss wieder aufs dach aufs dach bist du irre das geht nicht wie soll ich denn sonst zu vertieren na komm hör auf komm stell dich nicht so an weihnachten ist nur einmal im jahr es war bestimmt mal ein schöner baum wie war und haben sie schon ein überblick was alles fehlt er hat die ganzen colliers von der theke die colliers so so habt ihr endlich was gefunden mein gott so ein handy kann sich doch nicht einfach in luft auflösen ich hab's doch bis eben noch bei mir gehabt bis eben gerade wissen sie als ich diesen revolver plötzlich vor mir sah da hat das nicht zufällig gesehen was mein handy silber ist metallic silber nein unglaublich verschwunden in sekunden und wie der gangster mich dann anstarrte mit dieser maske ja 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 schulds sagen sie mal kann sie das nicht rasch für mich zu ende bringen wir sind doch eh fast schon mit allem durch aber die spurensicherung das hat alles zeit bis morgen ich will jetzt endlich mein verdammtes handy finden ecky was ist denn jetzt was naja fahr ich oder fährst du fahrt schon mal vor wo willst du noch hin ich gehe nochmal zurück in bunten vogel ich dachte du hast eure weihnachtsfeier ja tue ich auch aber ich hab da wen getroffen kurz echte eine vom finanzamt nicht direkt wo was ernstes dann ist es was ganz ernstes fahrt vorsichtig noch einen unfall überlebt der wagen nicht der wagen hat überhaupt keinen unfall hier ist da nichts guck doch hier nicht hier nicht hier nicht bringen das wieder in ordnung egal wie ab jetzt fährt nur noch also herr war weg ich glaube nicht dass sie es hier verloren haben na egal wir rücken dann eh ab gut ich sag's den anderen wo ist das verdammte handy hallo rücken ab hallo macht sofort die verdammte tür auf jetzt macht doch keinen scheiß macht die tür auf ihr idioten ich bin euer chef wo ist eigentlich hofer weg wahrscheinlich im streifenwagen im Das war's, das war's, das war's. Wenn ich, wenn ich sage, eine auffallend schöne Frau, dann meine ich nicht nur das Äußerliche, sondern die ganze Persönlichkeit, die Ausstrahlung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ihr war bis vor zehn Minuten die Hölle los, Mann. Kann sein, dass ich sie gesehen habe. Kann aber auch sein, dass nicht. Danke. Dafür nicht. Na, Egon, auch noch da? Eki, ich dachte, du wärst schon längst zu Hause. Was soll ich denn da? Kenn ich ja alles. Du klingst irgendwie traurig. Weißt du, Egon, ich muss dir was sagen. Vorhin auf dem Klo da, da war doch jemand. Da war eine Frau. Eine ganz ungewöhnliche Frau. Was? Sag mal, soll das heißen, du hast mich aufs Damenklo gebracht? Nein, natürlich nicht, aber sie war trotzdem da. Da vorne kenne ich noch einen Laden, der hat bestimmt offen. Sieht zu aus. Ist auch zu. Weißt du, es gibt so Frauen, für die würde ich alles machen. Einfach alles. Ja. Mag sein. Und ich glaube, die Frau braucht Hilfe. Hilfe? Wieso? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist da in etwas reingerutscht und jemanden braucht, der ihr da wieder raushilft. Ja, verstehe. Schon allein aus dem Grund würde ich sie wahnsinnig gern wiedersehen. Glaub mir, Necky, ich würde viel drum geben, wenn ich sie dir zeigen könnte. Vielleicht gibt dir ja das Schicksal einen Wink. Aber wann? In einem Monat, in einem Jahr. Oder vielleicht gerade jetzt. Mensch, Georg, das war jetzt der fünfte Laden. Wir sollten es echt langsam aufgeben. Ich habe schon immer geahnt, dass wir nicht am Nabel der Welt leben. Aber dass wir so weit weg leben vom Nabel der Welt. Hallo, es ist Weihnachten. Heiligabend. Um diese Zeit ist in ganz Deutschland kein Mensch mehr unterwegs und sucht Orangenmarmelade. Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Aber ich habe es Anna versprochen und deshalb, nur deshalb... Ich habe wenigstens das Fenster zu. Ich friere. Es geht nicht, sonst fällt der Baum runter. Sag mal, der Weihnachtsmann-Räuber. Wohin ist er eigentlich so schnell verschwunden nach dem Überfall? Ich sage nur, Rhoda, the Red Nose, Reindeer. Mehr fällt dir nicht ein? Nee. Ach komm, Georg, ich habe keine Lust mehr. Lass uns zurückfahren, jetzt sowieso alles zu mir. Na gut. Ja, was ist denn jetzt? Guck mal, da vorne, der Weihnachtsmann. Ich glaube, das ist er wirklich. Alex, ich will dir ja nicht unnötig wehtun. Aber das ist nicht der Weihnachtsmann. Weißt du, im richtigen Leben gibt es gar keinen Weihnachtsmann. Das ist... Idiot. Und ich meine, der Typ sieht aus wie der, der mich heute in der Stadt angerempelt hat. Kurz vor dem Überfall in der Nähe von einem Juwelier. Du meinst, das ist der Räuber? Ja, könnte doch sein. Wo will denn der hin? Was haben wir hinterher? Na gut. Vielleicht hat der ja Orangenmarmelade im Sack. Was macht der denn da? Der klettert übers Geländer. Das ist doch verdächtig. Ach, ein Mann auf der Brücke ist doch nicht verdächtig. Ich glaube, wenn er... Oh, scheiße. Der will springen. Hallo, Sie da! Kommen Sie mal da runter. Das ist gefährlich. Sie können sich doch was antun. Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Georg Wilsberg. Wir sind hier zufällig vorbeigekommen und wir dachten... Naja, wir dachten, wir könnten Ihnen vielleicht helfen. Helfen? Wie? Wieso helfen? Naja, jeder im Leben braucht nur ein bisschen Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Warum denn nicht? Weil man niemand mehr helfen kann. Aber wir können es doch wenigstens versuchen. Nein. Es ist zu spät. Ach, hören Sie, es ist Heiligabend. An so einem Tag ist nie etwas zu spät. Reden Sie nicht. Wenn Sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben. Fehler? Einen? Ich habe tausend Fehler gemacht. Na, ist doch prima. Dann haben wir wenigstens Gesprächsstoff. Und jetzt kommen Sie mal da runter. Mein Patenkind wird schon ganz nervös. Kind? Lasst uns hoh und munter sein. Scheiße! Ich bin schon älter Freund. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist nie ein Abend da. Bald ist nie ein Abend da. Das hat alles keinen Sinn mehr. Ich bin erledigt, ruiniert. Geldprobleme. Aber das ist doch ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Ja, weil Liebeskummer wäre ich jetzt nicht so der Spezialist gewesen. Aber mit Geldproblemen kenne ich mich aus. Wohl wahr. Haben Sie auch Steuern hinterzu? Ah, Steuerschulden. Das ist das Problem. Na ja, die hat doch heutzutage fast jeder. Ich habe mich selbst angezeigt. 600.000 Euro. Oh, dann sind Sie doch ein ganz erfolgreicher Mann. Ich meine, um dem Staat 600.000 Euro zu schulden, dann müssen wir auch mal was verdient haben. Ich heiße Bolsen. Spielwaren Bolsen. Sagt Ihnen das was? Ja, ich kaufe im Moment nicht so viel Spielzeug. Das Kind ist aus dem Alter raus. Gegründet 1890 von meinem Großvater. Von ihm stammt auch die Tradition, dass der Inhaber am Heiligabend als Weihnachtsmann den Kindern im Waisenhaus Geschenke bringt. Jedes Jahr. Nur dieses Jahr. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Es ging einfach nicht mehr. Wir hatten Nachtläden. In bester Lage. Von Köln bis nach. Bielefeld. Wieso Bielefeld? Ich dachte, er hätte irgendwie gepasst. Die Gewinne sprudelten jedes Jahr stärker. Und dann komme ich auf die Idee, sie vielleicht einfach mal umzuleiten. Luxemburg. Liechtenstein. Und das ist dann rausgekommen? Ja, und dann hat mich meine Frau verlassen und dann kommen auch schon die Gangster. Die Steuerfahndung? Nee, richtige Gangster. Schutzgeld der Presser. Wer 600.000 Euro Steuerschulden hat, der kann auch uns bezahlen, sagten Sie. Lassen Sie mich aus eigener Erfahrung sagen, Herr... Bohlsen. Herr Bohlsen, es gibt wichtigere Sachen als Geld. Ja? Was? Na ja, zum Beispiel, dass wir diesen Tannenbaum wieder aus dem Auto kriegen. Jetzt können Sie uns mal helfen. Dafür fahren wir Sie dann in Ihr Waisenhaus. Aber... Kein Aber. Die Kinder warten. Alex, bring den Sack mit. Ja, kommen Sie. Ich meine... Tun Sie sich keinen Zwang an, mein Freund. Sie können hier ruhig lauter schreien. Das hört Sie kein Mensch. Ja, kein Geld. Doch, Sie haben Geld und wir wissen. Ich habe Diamanten gekauft. Große Lieferung zu haben. Diamanten, schön. Und wo sind die jetzt? Wo die jetzt sind? Im Tresor. Wo? Im Tresor. In welchen? In mir. In Ihrem Laden. Interessant. Und gibt es da auch zufällig einen Schlüssel zu diesem Tresorraum? Ich hasse diese Gewalt. Wo sind die Schlüssel? Lothar, der Wagen da draußen. Willst du nicht gleich ein Schild hinstellen, dass wir hier sind? Fahen bitte weiter weg. Wie weit? Irgendwohin, wo er nicht auffällt, du Neandertaler! So, Herrgott, dass wir uns das Feuer zurückbringen. Duck dich, Leber. Es kommt. Du, ich muss dauernd an diesen Mann im Kofferraum denken. Ach, der. Dass der vielleicht Familie hat und die sitzt jetzt daheim und wartet auf ihn und dieser arme Mann, der liegt da. Du steigerst dich da in das Reihen, glaub mir. Ich mein, vielleicht war es ja nur ein Müllsack oder so. Die sehen manchmal so ähnlich aus. Sag mal, bist du verrückt? Ich hab den ganz genau gesehen. Ich hab da auch was gesehen. Ich will das jetzt nicht! Ja, aber... was sollen wir denn machen? Wir könnten zur Polizei gehen. Margot, ich bitte dich. Ich will natürlich sofort aussagen, aber... du weißt doch, wenn meine Frau dann erfährt, dass wir schon früher von der Feier weg sind und... Ich will das ja nicht deiner Frau sagen, ich will es der Polizei sagen. Mein Gott, die Polizei. Die legen Akten an, Protokolle und überall steht dann mein Name mit drin und immer neben deinem. Das wird doch alles öffentlich. Aber ich kann doch nicht so tun, als wenn da nichts gewesen wäre. Du musst das doch irgendjemandem erzählen. Erzählst du einfach mir? Und während du es mir erzählst, da können wir doch... Hör auf! Ich will zur Polizei gehen! Ja, da hast recht. Lass uns morgen zusammen da hingehen und... Nein, jetzt. Ich will jetzt zur Polizei gehen. Genau das eben nicht. Hallo, na? Ach, Eki, Gott sei Dank. Her damit. Was? Die Orangenmarmelade. Welche Orangenmarmelade? Schick dich nicht, Georg. Nein. Ähm, kann ich reinkommen? Ja, aber nur kurz. Wow. Diese Küche hier ist eine Katastrophe. Also dieser verdammte Ofen, die Tür scheint ja wohl festgebacken zu sein. Ich ärgere mich tot über diese blöde Küche. Ja, ich weiß. Da gibt's einen Trick. Georg und ich, wir haben letztens Tiefkühlkast aufgetaut. In den Backofen. Ja, er hat doch keine Mikrowelle. Also, ganz einfach. Guck. Interessant. Vielen Dank. Jetzt kannst du verschwinden. Ich hab zu tun. Ähm, ich... Ich hab da auch ein Problem, bei dem du mir helfen könntest. Rein theoretisch. Als Küche? Als Kommissarin. Heute ist Weihnachten, ich hab Dienstfeil. Ja, ist schon klar. Aber ab wann muss man so eine Straftat eigentlich bei euch melden? Was? Ich meine, angenommen, ich hab den Verdacht, da hat jemand eine Bank überfallen. Und ich hab das mitbekommen. Aber... ich bin mir nicht sicher. Du hast gesehen, wie jemand eine Bank überfallen hat. Nein, natürlich nicht. Dann ist es ja gut. Aber ich meine, wenn... Wenn was? Wenn ich sowas mitbekommen hätte. Du musst es sofort anzeigen. Aber wenn ich mir nicht... nicht sicher bin? Okay. Gemeinlich sind sich Menschen sicher, ob sie Zeugen eines Banküberfalls wurden oder nicht. Ja, natürlich. Kann es sein, dass die irgendwie langweilig ist? Nein, nein. Ich war auf dem Weg zur Uni und dann bin ich gerade hier vorbeigekommen und... Zur Uni? Was willst du denn in der Uni? Ach, nichts. Nur wen treffen. Vielleicht. Ich bin auch schon zu spät. Vielen Dank. Ach, ähm... Noch was. Frauen. Frauen? Rein statistisch gesehen ist es doch eher unwahrscheinlich, dass die was Kriminales machen, oder? Einen Banküberfall. Ja. So in der Art? Ich weiß ja nicht, ob dich das jetzt eher beruhigt oder beunruhigt, aber der Anteil weiblicher Täter an Gewaltdelikten beträgt ungefähr 14%. Das heißt, Frauen machen sowas selten. Sehr selten. Gut. Ich meine gut zu wissen. Ich muss dann auch mal schnell weiter. Vielen Dank. Bis später. Lonnenheide. Hier war ich noch nie. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass wir da hinfahren, wirklich. Auch wenn die Opi-Stände nicht so sind. Wissen Sie, was Ihnen fehlt, Herr... Ohlsen. Meine ich ja. Ein guter Anwalt. Ein guter Anwalt und schon sieht die Welt ganz anders aus. Wissen Sie, unsere Kanzlei ist eine der besten... Alex! Was denn stimmt doch? Trotzdem. Was bist du denn so grantig? Ich bin nicht grantig. Denk nur nach. Und worüber? Dieser merkwürdige Zufall. Kaum offenbart unser Weihnachtsmann hier dem Finanzamt seine Schwarzgeldkonten, da tauchen wie aufs Stichwort Erpresser auf. Der Teufel tanzt gern viele Tänze, sagt mein Großvater. Als er... Als er... Na ja, ich würde noch gern wissen, mit wem. Wie mit wem? Na ja, ob unsere Erpresser vielleicht einen Informanten haben beim Finanzamt. Ein Informant? Und wer bitte soll das sein? Äh, Entschuldigung. Darf ich mal hin an, ja? Hallo. Kann das sein, dass Sie da meine Weihnachtsmannjacke haben? Ich hab meine nämlich verloren. Und die sah genauso aus wie die da in Ihrer Hand. Sehen Sie? Der weiße Flüscher im Ärmel. So was haben die nur zwei oder drei. Verloren, ja? Und wenn ich nicht das komplette Set zurückgebe, wollen die mir mein Geld nicht bezahlen. Wo haben Sie die Jacke dann verloren? Ach, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Wieso? Auf der Männertoilette von der Bierkneife. Auf der Männertoilette? Ist eine längere Geschichte. Äh, das macht nichts. Ich hab grad Zeit. Kaffee? Ja, das macht der Aster jedes Jahr. Das ist eigentlich leicht verdientes Geld. Man bekommt die Adressen von ein, zwei Familien, droht mit der Route, übergibt die Geschenke, fröhliche Weihnachten, danke und auf Wiedersehen. Hört sich ja locker an. Ja, nur dieses Jahr hatte ich Pech. Keine nette Familie, dafür einen Kegelclub. Schon mittags betrunken. Hätte ich mir gleich denken können. Die hatten extra eine Frau als Weihnachtsmann bestellt. Klingt ziemlich eindeutig. War es auch. Ein einziges Begrabsche und Betatschen. Und die wurden immer zu dringlicher, wie mehr sie tranken. Aber zum Glück hatte ich die hier dabei. Ein Revolver? Keine Angst, das sind nur Platzpatronen. Da vorne bei der alten Betriebs-Tankstelle, da können Sie mich rauslassen, bitte. Die letzten Meter laufe ich dann alleine. Sind Sie sicher? Ja, geht mir schon besser. Außerdem haben Sie ja recht, man soll die Kinder nicht enttäuschen. Besonders nicht an Weihnachten. Ich bin übrigens Eki. Nadja. Jetzt Sie kennenzulernen, Nadja. Gleichfalls. Wir können aber auch du sagen. Ja, klar, gerne. Wie, und da musstest du regelrecht vor diesem Kegelclub flüchten, oder wie? So sah es aus. Ja, und dann musste ich erst mal raus auf die Straße. Und dann bin ich erst mal rein in die nächstweste Kneipe aus Klo, um erst mal die Klamotten zu wechseln. Und die Jacke, die hat auf dem Waschtisch gelegen, oder? Ja, genau. Gut, dass du sie gefunden hast. Ach ja? Sonst würden wir beide jetzt nicht hier sitzen. Stimmt. Ab und zu ist es komisch, das Schicksal. Du meinst, das Schicksal hattest du gewollt? Was glaubst du? Na ja, könnte schon sein. Es war gut, mit Ihnen zu reden. Meine, wir kennen uns ja kaum. Sie hätten ja auch vorbeifahren können. Die Wahrscheinlichkeit war ziemlich gering. Ich glaub's ja wohl nicht. Was denn? Da drüben, ein Kiosk, und ich glaub, er hat offen. Ich wünsch Ihnen alles, alles Gute. Ich muss mich jetzt beeilen. Da drüben ist unsere letzte Chance. Auf Wiedersehen, Herr... Bohlsen. Meine ich ja. Geht um Orangenmarmelade. Ja, natürlich. Was soll ich sagen? Danke. Wenn Heiligabend ist und auch wenn ich keine Familie habe. Das darf aber keine Lösung sein. Der Weihnachtsmann hatte noch nie Familie. Wie? Der Weihnachtsmann hatte noch nie Familie. Ja, stimmt. Aber er hat eine Aufgabe. Denken Sie mal dran. Sie werden gebraucht. Ja. Sie wünschen... Sie haben geöffnet. Ja, hätten wir zu, wäre ich nicht da. Ja, stimmt. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig Orangenmarmelade. Doch. Warum? Sie haben welche? Ein Glas. Steht schon ziemlich lange hier. Wollen Sie die wirklich? Klar, her damit. Wie heißt das Zauberwort? Sofort. Sofort. Sagen Sie, Hey doch, du Vollpfosten. Lass mal fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Ostern auch. Was tust du hier? Ich suche ein neues Auto. Wie viel hat der drauf? Ich meine, so Kilometer. Du wirst kein neues Auto mehr brauchen. Du auch nicht. Oh, scheiß Gott. Keine Angst, der lebt noch. Ich habe die Marmelade. Das war das letzte Glas. Hallo? Anna? Georg, hast du die Marmelade? Ja, also nein. Sagen wir, wir hatten sie. Vorübergehend. Aber deswegen rufe ich nicht an. Anna, ich bin da was auf der Spur. Moment, Moment. Also Georg, entschuldige bitte nicht, dass ich da was durcheinander bringe. Du redest von Raubüberfall, Kidnapping, Fahrerflucht, Schutzgelderpressung und was? Möglicherweise Mord. Einen Tatverdächtigen haben wir rumliegen. Mensch, Anna, ich weiß, dass du frei hast. Nein. Die Ente muss in den Ofen. Der Tisch ist nicht fertig gedeckt. Der Baum ist auch noch nicht da. Und überhaupt, deine Küche ist eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, wie man in einer derartigen Küche arbeiten kann. Nichts hast du. Der Kühlschrank steht auch nur in der Ecke, damit sie nicht so leer aussieht. Anna, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich sag nein. Und wenn dann nur für fünf Minuten. Er sollte doch nur Marmelade kaufen. Darf ich dir mal was sagen, Nadja? Ja, gerne. Ich könnte immer mit dir reden. Ohne aufzuhören. Und ich höre dir auch gern zu. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich muss jetzt aber doch noch schnell das Kostüm abgeben. Sonst geben die mir mein Geld nicht. Ja, klar. Suchst du das hier? Oder... Oder das? Ach, du hast es. Es musste ich vorhin abnehmen. Es hat nicht zum Weihnachtsmannkostüm gepasst. Ist es wertvoll? Schön wär's. Du, ich muss jetzt echt noch schnell das Kostüm... Wartest du hier? Ja, klar. Und wenn ich wieder da bin, erzählst du mir, warum du auf dem Klo den blinden Mann gespielt hast. Bis gleich. Die Mordkommission? Worum geht es denn? Um Mord. Sie haben einen Mord begangen. Das ist ja ein Unsinn. Ich habe einen Mord gesehen. Also nicht den Mord, sondern das Opfer. Möglicherweise gesehen. Ihr kamen gerade von einer Weihnachtsfeier und hat mich ein kleines bisschen intus. Ich habe alles ganz genau gesehen. Ein Mann lag blutend im Kofferraum von einem Auto. Von welchem Auto? Von einem Auto. Und der Kofferraum ging auf, als sich vorne der Mann drauf setzte, dem die vorher drauf gefahren sind. Verstehe. Sie verstehen gar nichts. Ich möchte jetzt den Chef der Mordkommission sprechen. Es tut mir leid, Hauptkommissarin Springer hat heute frei. Sie wird hier wohl einen Keks, wird einen Stellvertreter haben. Das ist Kriminalkommissar Overbeck. Ja, dann möchte ich den jetzt sprechen. Es tut mir leid, der ist momentan nicht im Haus. Dann geben Sie mir seine Nummer und ich rufe ihn an. Margot, er ist doch außer Haus. Ja, die Handynummer, der wird doch nicht aus der Welt sein. Oder? So, jetzt hätten wir das also auch erledigt. Ja, und so ein, zwei Stimmchen haben wir ja noch, wir zwei hübsch. Was machst du da? Ja, diesen Ofenbeck anrufen, was denkst du denn? Aber doch nicht jetzt. Hast du irgendwie Angst vor der Polizei? Hast du irgendetwas zu verbergen? Unsinn, ich meinte doch nur... Egal, ich werde jetzt eine Aussage machen. Aber das hast du doch gerade. Das war doch keine Aussage. Ich will eine richtige Aussage. Vor einem richtigen Beamten. Arschloch. Angenehm, Wilsberg. Regen Sie sich nicht auf. Ich will eigentlich nur wissen, was hier genau los ist. Wir machen dich fertig. Sie haben Komplizen. Wer gehört noch dazu? Apparat Overbeck. Ja, guten Tag, Herr Ofenbeck. Mein Name ist Margot Engel und ich bin Zeugin eines Mordes. Ja, ein Mann. Ein Mann lebt bloß im Kofferraum eines Autos. Aha. Gaststätte bunter Vogel, verstehe. Sie waren also Zeugin des Auffahrunfalls? Ja. Aber hauptsächlich geht es jetzt ja erst mal um den Mann im Kofferraum. Er hat geblutet und sah... Der sah schrecklich aus. Naja, und warum kommen Sie jetzt mit dieser Aussage? Sie haben den Tatort verlassen, nicht wahr? Statt diesem unschuldigen Autofahrer zu helfen, der Opfer eines Auffahrunfalls geworden ist, laufen Sie einfach weg, nur weil Sie Angst haben, dass Ihre Affäre mit dem Chef des Finanzamts aufliegt. Dabei weiß doch die ganze Stadt, dass Sie mit dem ins Bett steigen. Frohes Fest, Frau Engel. Was ist das? Die Polizei weiß von uns. Wir schließen jetzt. Ich verstehe. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Äh, Entschuldigung. Einen Moment, bitte. Tag, Hörter, Finanzamt Münster. Es geht um den dringenden Verdacht der Steuerhinterziehung auf der Basis nicht angemeldeter Tätigkeiten. Was? Ich will die Liste aller Studenten, die heute als Weihnachtsmann unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, Hauptsache ich weiß. Ich kann das auch alles gerichtlich erwirkend verbringen. Wir beide heute Heiligabend vorm Richter. Wenn's heim muss, die ganze Nacht. Wollen Sie das? Oder lieber die schnelle Variante, bei der Ihr Name gar nicht auftaucht. Also. Die Liste. Danke. Natja Weissmüller, kennen Sie die? Ich? Gut aussehend. Sehr gut aussehend. Hier muss wohl gerade erst Ihr Kostüm abgegeben haben. Ach so, die, ja, ja. Die Weiben da, das war die Letzte. Ja, das hier, das ist Ihre Adresse, ja? Denkt schon, ja. Der Bundesfinanzminister bedankt sich für Ihre Kooperation. Okay, wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Eventuell Nötigung, da könnte ich ihn drankriegen. Aber du sagst ja was von Mord. Das hab nie ich gesagt, sondern die Zeugin. Wo ist denn diese Zeugin? Und wo ist die ominöse Leiche? Im Kofferraum. Ich mein, da lag sie. Also, nicht die Zeugin, sondern die Leiche. Und das hast du mit deinem mobilen Labor bereits festgestellt. Hier, dieser Ring. Und Flomarkt, ein Geschenk für mich zu Weihnachten, ja? Anna, den hab ich im Kofferraum gefunden. Der ist spurentechnisch vollkommen wertlos. Du hast ihn hundertmal angefasst. Zeug mal. Nix da. Ein Beweisstück in einem Fall, in dem keine Sau weiß, was das überhaupt für ein Fall ist. Und für solche Fälle komm ich natürlich gern hier raus. Ich kenn das Waffen. Ach ja. Echt? Woher? Ja, klar. Das Wappen derer von tut und tat nix. Also echt, Leute, es reicht. Wenn ihr wollt, dass es heute Abend nur Graubrot gibt, mit nix drauf, dann kann ich ja noch ein bisschen bleiben. Jetzt wartet doch mal. Ich hab das wirklich schon mal gesehen. Neulich. Nein, heute. Genau, vorhin. Das ist das Logo von diesem Juwelier, der heute überfallen wurde. Juweliert hieß, bist du sicher? Hundertpro. Aber an dieser Überfallsache ist doch Overbeck dran. Wo steckt denn der eigentlich? Natürlich. Was will uns der Weihnachtsmann damit sagen? Genau, dass es nicht wichtig ist, ob man arm ist oder reich. Der Weihnachtsmann will uns daran erinnern, dass es auf andere Dinge ankommt im Leben, nicht auf Geld und tolle Geschenke. Ich halte das nicht mehr aus. Damit ist der Fall noch klar. Ich sehe weder einen Fall, noch sehe ich klar. Anna, vorhin wurde ein Juwelier überfallen. Ich finde in diesem Kofferraum Blut und einen Siegelring, der vermutlich dem Besitzer des Ladens gehört. Den der Kerl, den Sie gerade festgenommen haben, wahrscheinlich umgebracht hat, oder? Unser vorläufiges Ermittlungsergebnis. Aber das ist doch keine Ermittlung. Wir nehmen einen Mann als Mörder fest und suchen die passende Leiche, so geht das nicht. Anna, du solltest auf jeden Fall versuchen rauszufinden, wo der Juwelier geblieben ist. Sobald es eine Vermisstenanzeige gibt. Aber vermutlich sitzt euer Juwelier im Kreise seiner Lieben und bereitet sich auf ein besinnliches Weihnachtsfest vor. Wo bleibt eigentlich Lothar? Gut, Herr Thies. Wer hat den Schlüssel zum Tresorraum? Wer? Interessant. Gute Neuigkeiten, Chef. Diamanten im Wert von einer halben Million. Ja, gut. Und wann genau? Ja, natürlich werde ich da sein. Ja, bis dann. Tja, Party vorbei, Ecki weg. Feierabend. Wir suchen einen Freund. Ach ja, schön für Sie. Aber da sitzt du im falschen Lokal. Schmaler Typ, lange Koteletten. Der war auf der Suche nach einer Frau. Ja, da war so einer, der wollte wissen, ob ich seine Traumfrau gesehen habe. Denkt man immer, die vom Finanzamt sind seriös. Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Das heißt, er hat da mit diesem Typen zusammengesessen. Hey, Sieh da! Wir haben Feierabend. Wir machen gleich zu. Frohes Fest. Entschuldigen Sie. Ja? Nein, ich meine, entschuldigen Sie. Ja? Wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Freund, Ecki Thalkötter. Ja, haben Sie ihn gesehen? Alex! Ich meine, gehört? Ecki. Ja, der Wirt hat uns gesagt, dass er hier gesessen hat. Ja, das stimmt. Ja, und wo ist er jetzt hin? Ja, er war ein bisschen durcheinander. Er hat da wohl irgendwie eine Frau kennengelernt. Und mit der Frau ist er jetzt weg? Äh, nee, die Frau war, glaube ich, schon nicht mehr da. Also, die Erzählung war ein bisschen wirr. Ja, aber Ecki und seinen Frauen sieht keiner durch. Alex! Ich meine, ist wirklich verwirrend, stimmt. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen kann. Macht ja nichts. Trotzdem, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und auch... Bis bald. Wiedersehen. Sie geben also zu, Herrn Wilsberg mit einer Waffe bedroht zu haben? Nein, ich dachte, der ist ein Radiotieb. Und was schnüffelt der da am fremden Wagen herum? Bestimmt so ein kleiner Genove. Bestimmt, ja. Ich wollte ja gerade die Polizei anrufen. Aber da wurde ich schon von hinten erschlagen. Schauen Sie mal. Und da will ich auch noch eine Anzeige erstatten gegen diese komische Frau da. Sagt Ihnen der Name Thies etwas? Friedhelm Thies? Nie gehört. Wer soll das sein? Ein Juwelier. Sein Laden wurde heute gegen 13 Uhr überfallen. Wo waren Sie denn zu dem Zeitpunkt? Spazieren. Vermutlich alleine. Ja. Und die Waffe? Habe ich gefunden. Ich nehme mal an, auch auf dem Spaziergang. Ja. Ja. Gut, um es kurz zu machen. Zur Klärung der näheren Umstände bleiben Sie in Gewahrsam. Oberbeck, abführen. Wo steckt der eigentlich? Mein Papa sagt, kein anderes Lied vermittelt so sehr das Gefühl von Ruhe und Stille wie dieses. Die Hitze des Alltags. Heiligabend fällt sie von ihm ab. Endlich Zeit, die Stille zu genießen. Aber Mama sagt, das sei Quatsch. Sie muss nämlich kochen. Halt die Klappe. Na also, geht doch. Marga, zum letzten Mal. Das ist völlig absurd. Ein Informant der Polizei im Finanzamt, der uns bespitzelt, das ist absolut abwegig. Das haben schon ganz andere Firmen ihre Leute ausspioniert. Ja, im Vorstand. Aber du bist doch nur eine kleine... Ich meine, du arbeitest nicht auf häls der Ebene. Und wann zum Teufel kommt dir endlich ein Taxi? Sprüh doch nicht so rum. Ich bin doch eh gleich zu Hause. Ja, du, aber ich nicht. Gudrun wartet sicher schon langsam mit dem Essen. Ja, und was wird aus mir? Was wird aus mir heute Abend? Margot, jetzt werd bitte nicht sentimental. Außerdem hättest du jemals den polnischen Heringsdorf meiner Frau gegessen. Du würdest dir wünschen, Weihnachten würde nie stattfinden. Taxi! Er ist zu mir, dann zu dir. Herr Grabowski? Ja, hallo. So eine Überraschung. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ah. Sie sind in Begleitung einer Dame. Ich? Nein, wieso? Ich dachte nur, da ist so ein Duft. Das, ähm, bin ich. Ein neues Rasierwasser. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich bin etwas in Eile. Bezeihen Sie aber, es riecht wirklich sehr feminin. Ja, aus Frankreich. Ich komm grad von unserem Fest, aber da ist keiner mehr. Naja, Sie ja auch nicht mehr. Tja, Termine. Frohes Fest noch. Frohes Fest. Frohes Fest. Und dann fragst du mich, woher alle Welt von uns weißen. Da sind ja noch gleich ein Blöckeart in die Kantine. Bist du sicher, dass es da drüben ist? Es gibt in ganz Münster nur einen, der Thies heißt und Juwelier ist. Buchenallee 12. Mal eine ganz andere Frage. Wie lange wollen wir denn hier noch rumsitzen? Alex, wir machen's wie immer. Erst dort servieren, dann inspizieren. Soll das etwa heißen, du willst da einbrechen? Heute, an Heiligabend. Einbrechen. Was willst du denn da drin überhaupt suchen? Orangenmarmelade. Georg, wenn du meinst, das wäre jetzt witzig, dann lass dir eins gesagt sein. Das ist doch. Ecky. Was will denn der hier? Orangenmarmelade. Irrewitzig. Frohe Weihnachten. Frohe. Wohnst du hier? Ja. Dein Name steht gar nicht an der Tür. Muss er das? Schöne Villa. Deine Bude? Bestimmt hohe Miete. Hast du deswegen den Juwelier überfallen? Hör zu, Ecky. Ich kann dir das alles erklären. Das musst du gar nicht. Ich kann's mir schon denken. Es wäre nur nett gewesen, wenn du irgendwas gesagt hättest. Zum Beispiel, ich hab keine Zeit oder du bist nicht mein Typ oder irgendwas, wenn du nur irgendetwas gesagt hättest zum Abschied. Ja, sicher. Aber ich bin momentan sehr in Eile. Ich muss Sachen erledigen und ich kann jetzt nicht. Du hast den Juwelier überfallen. Das stimmt nicht. Warum lügst du mich an? Ich lüge nicht, verdammt! Mach die Tür wieder auf. Mach wieder auf sonst! Ich hab keine Zeit! Ich muss dringend weg! Wohin? Das kann ich dir nicht sagen. Dann sag halt nichts und... und nimm mich mit. Das geht nicht. Warum nicht? Es ist gefährlich. Gefährlich wird's erst, wenn du mich nicht mitnimmst. Dann rufe ich die Polizei. Unter einer Bedingung. Du stellst keine Fragen. Was macht ein Eck im Haus eines entfüllten Juweliers? Und wer war die Frau? Und wieso hat er kurz nach dem Überfall eine rote Jacke unterm Arm? Bestimmt nicht, weil er Weihnachtsmann ist. Er hat sich heute Mittag bei dem Unfall auch fast gar nicht über die kaputte Stoßstange aufgeregt. Normalerweise würde er einen Nervenzusammenbruch bekommen. Es gibt nur eins, was eckgewichtiger ist als ein Auto und das ist eine Frau. Du meinst... Ich meine nur Fragen über Fragen und viel zu wenig Antworten. Das werde ich jetzt mal ändern gehen. Georg? Auch alles Modeschmuck? Bleib kurz hier. Ich muss noch mal schnell ins Bad. Nadja. Was? Nichts noch mal. Ich bin in zwei Minuten wieder zurück. Ich bin in zwei Minuten wieder zurück. Ich bin noch in zwei Minuten wieder zurück. Ich bin andere Minuten wieder. Ich bin lieberitionig. Ich bin negativ zurück. Ich bin dank. Ich bin in Trackommerung. Ich bin manera Kilmer. Das kenne ich, das ist aus dem Laden. Komm, Zeit ringt. Das ist auf dem Teppich, das... Das ist Blut. Ja. Ich sagte doch, es wird gefährlich. Stimmt, sagt es so. Du bist freiwillig hier. Keiner zwingt dich zu uns. Also, willst du noch mit? Ja. Dann komm. Los. Hast du das gehört? Ja. Du bist freiwillig hier. Ja, hab ich. Wir müssen hinterher. Ja, dazu muss ich erst mal wenden. Dann schon fahr doch. Wenden. Ich will schon, ich mach schneller. Scheiße, der Baum. Ach, Georg, jetzt lass doch den Baum. Sag mal, spinnst du Weihnachten ohne Baum? Wo fahren wir eigentlich hin? Sag mal, kann es sein, dass du da in etwas Größeres reingeraten bist? Größer, als ich eigentlich dachte. Es geht um viel Geld. Und um Leben und Tod. Endlich bin ich mal bei einer Verfolgungswerk verbal und dann sowas. Weihnachten ist eben alles anders. Ach komm, Georg, lass gut sein. Wir haben sie verloren. Wir finden sie schon wieder. Oh Gott. Das ist doch nur, weil heute Weihnachten ist. An so einem Tag, da gehen ja halt manchmal die Gefühle durch. Weißt du was? Ich gehe jetzt zurück zur Polizei und dann sage ich denen alles. Auch das von dir und von mir und dann soll von mir aus passieren, was will ich. Margot, das ist Panik. History ist, dass wir... Wir fahren zur Polizei. Meinetwegen. Aber nur, um uns zu beschweren. Wegen Verletzung unserer Privatsphäre. Wer weit, können sie ja noch nicht sein. Weit genug für unseren Tannenbaum und Stoßstangentransporter. Diese Frau muss Eki völlig in der Hand haben. Meinst du, dass Eki der Informant im Finanzamt ist? Um das rauszufinden, verfolgen wir ja diesen Wagen. Wenn wir ihn wiederfinden. So ein Laden überfallen ist, das ist das eine, aber wenn es um Menschenleben geht, dann... Ich sagte, du kannst mit. Ich sagte, es ist gefährlich. Und ich sagte, du sollst keine Fragen stellen. Los, steig einfach aus. Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist, verdammt? Halt an, halt an, da vorne stehen sie. Wir sind noch im Auto drin. Ist doch jetzt total auffällig, wenn wir hier stehen bleiben. Mensch, dann steigen wir eben aus und tun so, als ob was mit einem Baum wäre. Müssen wir gar nicht mehr so tun, als ob. Je weniger du weißt, desto sicherer ist es für dich. Los, steig aus. Nein. Bitte. Wenn ich jetzt aussteige, dann... Dann sehe ich dich nie wieder. Du bist verrückt. Ist doch auf was wert, oder? Ich finde, so langsam können wir ihn wegschmeißen. Wegschmeißen? Wegschmeißen? Bist du verrückt? Bisschen Lametta dran, dann ist er wie neu. Die fahren weiter. Fuß. Alex, fahr schneller, wir verlieren sie. Und dann fällt der Baum wieder runter. Fahr nach vornherein, rechts. Was willst du denn hier? Ist eine Abkürzung. Georg? Ja? Der Baum! Mach nichts, er kann das ab. Rechts. Ja, wie? Was ist das? So, da komme ich immer vorbei. Es geht nicht. Muss aber gehen. Es geht nicht. Mit mehr Gefühl. Tja, wäre die perfekte Abkürzung gewesen. Und jetzt? Die Leute gleich. Provozier sie nicht. Sag am besten nichts. Deine Komplizen? Nein. Hallo Anna, gut dich zu treffen. Georg, was auch immer du willst, es ist abgelehnt. Ich muss zurück in deine Küche. Nur fünf Minuten, Anna. Keine fünf, keine vier, keine drei, keine zwei. Anna, der Typ, den wir heute verhaftet haben. Wer? Ähm, du natürlich. Kann ich den kurz sprechen? Wissen Sie, es ist nämlich so... Nein, es tut mir leid, der Mann wird jetzt gerade in U-Haft überführt. Aber kannst du die Überführung kurz stoppen? Die Aktion läuft bereits. Erinnern Sie sich an mich? Ich würde wirklich gerne ein Auto kaufen. Nur ist es so, dass der Wagen irgendwie verschwunden ist. Ich vermute, dass er da ist, wo er war, bevor sie ihn bei der Tankstelle abgenommen haben. Also, dass er quasi an seinem vorherigen Standort steht. In der Kalifabrik, oder? Genau, in der Kalifabrik. Moment. Ach so, mir immer was rausziehen und an mir nichts geben, ne? Neue Erkenntnisse? Irgendwo in der Loddenhalle gibt's eine Kalifabrik. Ah ja. Ich muss zu meiner Ente. Guten Abend. Wir warten schon. Ich bin pünktlich. Ich hab was mitgebracht. Und wer ist der da? Ein Bekannter. Was soll das? Er ist zu meiner Sicherheit da. Sicherheit. Ich bin hier die Sicherheit. Wo ist der? Du da. Es tut mir leid, aber im Moment kann ich leider niemanden erreichen. Siehst du, Margot? Das ist einfach Schicksal. Lass uns das verschieben und... Frau Springer? Könnten Sie mal bitte kommen? Nie wieder koche ich ein Abendessen, ein Heiligabend. Ich dachte eigentlich, sie hätten heute frei. Ja, dachte ich auch. Was gibt's denn? Diese beiden Herrschaften möchten gerne eine Aussage aufnehmen lassen. Ein toter Mann in einem Kofferraum und der andere, der in hinten draufgefahren ist. Oh Gott. Ich sag's ja, er ist nicht besonders kooperativ, deswegen ist es gut, dass Sie jetzt hier sind. Er ist bewusstlos. Nur hin und wieder mal kurz, sowas passiert leider. Papa, was haben Sie mit dir gemacht? Papa! Nicht jetzt! Fassen Sie mich nicht an! Hey, ich dachte, Sie sind hier, um Ihrem Vater zu helfen. Hier? Kennst du noch eine andere Kalifabrik? Sieht irgendwie sehr verlassen aus. Hier ist es. Alex, nicht so laut! Mal sehen, was sie uns mitgebracht hat. Ah, die Beute vom Raubüberfall. Sie sind mir ja ein Früchtchen. Überfallen Sie glatt Ihren eigenen Laden. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns gnädig stimmen? Hey, schaut her, wir sind überfallen worden, jetzt haben wir leider nichts mehr. Hä? Krieg ich eine Antwort? Ah! Sie können es haben. Es ist für Sie alles. Wenn Sie meinen Vater freilassen. Verstehe. Die Versicherung bezahlt Ihren Schaden und wir sollen uns mit ein paar Klimpersteinchen zufriedengeben. Die Versicherung habe ich gar nicht gedacht. Ich will nur meinen Vater retten. Wie auch immer, so läuft's nicht. Wir wollen in den Tresorraum. Der Tresorraum ist leer. Das heißt viel mehr wert. Wie kann man nur so schön sein? Und so verlogen. Im Tresor sind 500.000 Euro in Diamanten. Hallo? So, kriege ich jetzt den Schlüssel? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich soll was? Diesen Herrn Ofenbeck anrufen und ihn zum Stillschweigen verpflichten. Was mich und meine Beziehung zu Herrn Grabowski angelangt. Die angebliche Beziehung. Also, was wir im Rahmen unserer Ermittlungen an privaten Dingen erfahren, behandeln wir eigentlich ganz diskret und mit größter Verschwiegenheit. Ihr Kollege war jedenfalls nicht sehr diskret. Er hat meiner Bekannten auf den Kopf zugesagt. Sie würde lieber mit mir ins Bett steigen, als seine Zeugenaussage machen. Das war sicher ein Missverständnis. Bitte, dann rufen Sie ihn an und klären Sie das. Dann sage ich auch alles über den Mann im Kofferraum. Hier. Das ist seine Nummer. Von meinem Kofferraum. Von Herrn Ofenbeck. Und falls du das Geld suchst. Hosentasche hinten links. Du glaubst auch jeden Scheiß, oder? So, ich mach dein Handy aus. Ich hab keins. Ja, hallo? Herr Overbeck. Der ist leider nicht da. Mit wem spreche ich denn bitte? Hauptkommissarin Anna Springer, Mordkommission Münster. Ja, genau. Ich bin seine Vorgesetzte. Hallo? Hallo? Äh, entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Ob wir uns denn nun darauf verlassen können, dass Ihr Kollege diese unsinnigen Unterstellungen nicht mehr wiederholt? Ach so, ja, selbstverständlich. Ich hab Ihnen ja gesagt, wir sind verpflichtet. Gut. Dann mach ich jetzt meine Aussage. Wie schön. Darf ich vorstellen, Kommissar Overbeck? Sie machen grad drei Fehler auf einmal. Ach ja, und welche? Erstens, Overbeck ist gar kein Kommissar, der tut nur so. Zweitens, Sie verwechseln mich mit Overbeck, das ist kein Fehler, das ist ein Todsünde. Und drittens, Sie sollten längst auf der Flucht sein. Sollten wir das? Ja, sollten Sie. Warum? Weil Ihr Mitarbeiter Lothar bei der Polizei sitzt und auspackt. So, so, was packt er denn aus? Ein Weihnachtsgeschenk? Ich nehme an Ihren Plan. Aber Lothar hat doch von gar nichts in der Ahnung. Drei Bullen schleppst du mir an. Drei Bullen schleppst du mir an. Hey! Kriege ich jetzt endlich meinen verdammten Schlüssel? Den Schlüssel. Sigi fesseln und knebeln, die zwei bleiben hier. Ja. Nette Tarnung. Familie kauft Weihnachtsbaum. Was für den, ihr Bullen, alles kommt. Die drei nehmen wir mit. Aber die Tanne auf dem Wagen ist ganz schön wackelig. Es gibt für alles eine Lösung. Hast du's bald? Ich hab meine Brille vergessen. Sie hätten Nadja aber auch mal fragen können, welcher Schlüssel wo passt. Sigi! Sigi, komm her, verdammt! Na endlich. Komm mit, die Tresortür. Los jetzt, das ist unsere Chance. Wobei, zieh den Stammarbeiter zu dir rüber. Was hast du vor, du zerkratzt das ganze Dach? Quatsch! Zu mir? Ja! Na los! Egon! Egon! Hier bin ich. Eki! Eki! Ja, ich sitze hier in einem Auto. Ja und? Wir sind gekidnappt worden. Ruf sofort die Polizei. Warum steckst du denn nicht aus? Ich bin gefesselt. Was? Wo? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, alles. Doch die arme Tanne. Egon, du musst die Polizei rufen, hörst du sofort. Ja, ja, ich verstehe. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Nein, nicht da lang. Nicht! Dieser Idiot. Du, Eki. Hm? Der ist blind. Ja, wie du siehst. Die arme Tanne. Hä? Ich meine, woher weiß der, dass wir eine Tanne auf dem Dach haben und dass die arme aussieht? Du meinst. Du ziehst, ich zerre. So. Schleich. So. Schleich. So. Jetzt mach schon, du bist ja schlimmer als die blöde Tante hier. Warum ist denn die verdammte Tür immer noch nicht auf? Mann, Mann, diese blinde Trottelnummer geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Wer von euch irren ist auf die Idee mit der Tanne da draußen gekommen. Die zwei Gangster hier. Wie nennst du mich? Gangster? Du blöde Bullen-Tussi. Ganz cool. Nicht kotzen. Ganz cool. Endlich. Bescherung. Ganz cool. Polizei! Hände hoch! Waffe weg, Gesicht zur Wand! Overbeck? Overbeck? Ich weiß, wie ich heiße. Verdammt nochmal. Waffe weg! Weg hier, schnell! Ja, und jetzt? Geisel! Verdammt, wo sind die Geisel? Tja, zu Weihnachten gehören eben auch Überraschungen. Genau. Was ist los, ey? Hey, der Typ hatte mein Handy. Wie geht das? Das lässt sich bestimmt aufklären, aber es gibt noch mehr Geisel. Hat er es geklaut? Aber wo und wann? Der Juweliert hieß und... Seine Tochter, die sind in einer Fabriketage. Ja, ja, gleich. Erstmal schauen, ob das Ding noch geht. Springer! Overbeck, da sieht Sie ja, wo stecken Sie denn bloß? Das ist mir bekannt, dass Sie heute Nacht auch das Raubdezernat leiten. Bitte? Ich habe es einfach geahnt, dass die Bande nochmal zurückgehen. Das habe ich gespürt. Deshalb war das ja mein Plan. Ich allein im Tresorraum. Ohne Handy. Falls jemand so die Frequenz ablückt. Sehr klug, Overbeck. Nahezu raffiniert. Aber ich bin etwas in Zeitnot. Hä? Ein gewisser Lothar, sehr richtig. Im Untersuchungsgefängnis, ja. Ich soll was? Ihn noch heute ins Präsidium bringen. Den werde ich mir heute Nacht noch vorknöpfen. Over and out. Sind Sie doch dran, Overbeck? Ich spinne. Hey. Sie können nicht einfach gehen. Sie sind wichtige Zeugen. Es gibt wichtigere Zeugen als uns. Außer, wie haben wir zu tun. Eine unschuldige Frau retten. Halt! Warten Sie! Das geht so nicht! Schulz? Hören Sie, Overbeck, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich bin sehr in Eile. Ich gehe jetzt also nicht rüber ins Untersuchungsgefäß. Ach, Sie sind's, Schulz. Wo ist denn Overbeck? Er war doch eben noch da. Ja, vergessen Sie's. Prost fest! Ich sitz vorne. Schulz? Sie können fahren. Ich möchte, dass Sie diesen Wilsberg für morgen früh ins Präsidium bestellen. Morgen früh? Ist Feiertag. Dann übermorgen. Da ist auch Feiertag. Dann der Tag nach übermorgen. Da ist Sonntag. Dann, tut mir leid, dass ich Sie bei Ihrem Festmahl stören muss. Was ist denn das? Was? Das da in dem Schädchen. Keine Ahnung, warum? Darf ich mal? Das ist Orange-Marmelade. Ja, und? Muss ich leider konfiszieren aus Sicherheitsgründen. Verdacht auf eingeschmuggeltes Rauschgift. In der Marmelade? Ja, in der Marmelade. Und jetzt bringen Sie den Mann rüber ins Präsidium. Kollege Overbeck ist schon sehr, sehr ungeduldig. Mensch, Ecke, sie kann doch nicht weg. Es ist vorbei. Die Typen sind alle verhaftet. Und hier ist der Schmuck. Suchen Sie sich was aus. Was? Als Danke. Was hast du gehört? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Mein Liebling. Äh. Ähm. Er ist nicht mein Vater. Er ist mein Mann. Dein Mann? Wir dachten, es würde die Gangster Müller stimmen, wenn wir so tun, als ob. Dann heißt du gar nicht Weißmüller. Doch. Das ist mein Mädchenname. Ich hab ihn behalten. Ich hab ihn. Du bist ein mutiger Mann. Ein richtiger Held. Ganz normal. Ein ganz normaler Held. Ich werde dieses Weihnachten nicht vergessen. Und dich auch nicht. Danke. Danke. Ich hab's nicht. Bitte. Ich hab's nicht wirklich. Ach, Herr Thies. Das geht jetzt schon seit einer Stunde so. Und langsam müssen wir irgendwie Fortschritte machen. Aber ich hab nicht so viel Geld. Bei weitem nicht so viel Geld, wie Sie glauben. Herr Thies. Heute ist Weihnachten das Fest der Liebe und der Aufrichtigkeit. Und was machen Sie? Sie lügen uns an. Sie lügen uns ganz schön frech ins Gesicht, Herr Thies. Nein, nein. Ich lüge nicht wirklich. Der reichste Juwelier in der Stadt und hat kein Geld, seine Schutzengel zu zahlen. Soll ich Ihnen das glauben? Soll ich Ihnen das glauben? Was meinst du, Sie? Mein Freund hier glaubt Ihnen auch nicht. Und wissen Sie auch, warum? Weil wir ganz genau wissen, dass Sie das Geld haben, Herr Thies. Ich hab 1000 Euro hier. 1000 Euro. Sie haben absolut recht, Herr Thies. Weihnachten ist natürlich auch ein Fest der Freude. Lasst uns singen. Oh, du fröhliche, oh, du selige, nahe, singende Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten, Herr Thies. Was ist denn nun? Immer mit der Ruhe. Ich kaufe ja nicht jeden Tag einen Weihnachtsbaum. Ach, wirklich? Der. Der. Nee, der nicht. Der da hinten. Das ist eine gute Wahl. Wenn der ein bisschen größer wäre, dann... Guter Mann. Was für einen Baum möchten Sie denn nun? Mir persönlich wäre es ja egal, aber heute Abend kommen ein paar Leute zum Essen. Und da sollte der Baum möglichst breiten Geschmack treffen. Einen breiten Geschmack? Ja, es gibt Enter Alorange. Welcher wird denn dazu passen? Das ist nicht Ihr Ernst. Ich nehme den hier, das ist der Schönste. Moment, den habe ich gerade gekauft. 60 Euro? 60 Euro? Dafür kriege ich woanders den ganzen Wald. So, Frau Neuhaus. Ich muss noch ein paar Geschenke kaufen für heute Abend. Habe ich Ihnen erzählt, wir feiern dieses Jahr mit einer richtigen Kommissarin. Haben Sie irgendeine Idee, was man der Kommissarin schenken könnte? Was Witziges? Was Seriöses? Naja, ich werde schon irgendwas finden. Finde ich übrigens total nett von Ihnen, dass Sie extra meinetwegen gewartet haben. Ich finde sowieso, das ist das Besondere hier in dieser Kanzlei. Das Menschliche. Dass man sich hier noch persönlich frohe Weihnachten wünscht. Nein. Frau Neuhaus? Frau Neuhaus? Frau Neuhaus? Und wisst ihr eigentlich auch, was das Fels am Gänsehänden sitzt, na? Die Klöße! Ich weiß aber auch Besseres als die Klöße! Die Keule! Ich gehe mal ein bisschen an die frische Luft. Ich danke, da wird zwei! Ach, nein! Weißbrot habe ich, Eier habe ich, Pflaumen. Sind da Orangenmarmelade? Ach, nein, wo ist denn diese Orangenmarmelade? Ach, nein! Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ah, da ist sie ja! Springer bei Wilsbach? Hier ist Kommunalkommissar Oberbeck. Oberbeck! Au, ha! Trotzdem schöne Weihnachten! Was? Schau, das Blödsinn! Ich weiß, dass Sie Kriminalkommissar sind. Was gibt's? Nichts. Absolut nichts. Warum stören Sie mich dann mitten in den Vorbereitungen zu meiner Ente à l'Orange? Ente mit Orangen? Und das kochen Sie für Wilsberg? Nicht nur, es kommen ein paar Menschen, die mir lipoteuer sind. Oh. Na dann. Ich meine, ich mache hier sowieso noch Dienst. Doppelschicht sozusagen. Leiter der Mordkommission und des Raubdezenats. Und deswegen rufe ich auch nicht an. Sondern wegen des Lageberichts. Die Lage ist ruhig. Fast schon auffällig ruhig. Es ist Weihnachten, Oberbeck. Es ist völlig normal, dass alles ruhig ist. Ja, natürlich. Ähm, ich wollte nur, ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich hier alles im Griff habe. Sie können beruhigt feiern. Ach, ähm, wenn schon alles ruhig ist. Lieber Oberbeck, Sie könnten mir einen Gefallen tun. Äh, ich bräuchte dringend ein Gläschen Orangenarmelade. Das weiß ich, dass Sie das nicht im Büro haben. Ich dachte ja auch eher, dass Sie losgehen und es kaufen. Na, Egon? Kommst du zu meiner Privatparty hier draußen? Ja, bist du da, Säcki? Ja, war mir zu heiß und zu laut da drin. Ja, ein bisschen. Aber wir können froh sein, dass die Feuer überhaupt stattfindet. Na ja, auf den letzten Drücker, nur weil die Engel letzte Woche keine Zeit hatte. Die Engel? Ja, Sekretärin vom Chef. Ah. Aber du meinst, Herr Grabowski will was von ihr? Sieht doch ein Blinder. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Na ja, ich bin neu. Ich hänge den ganzen Tag in der Telefonzentrale. Da kriege ich das alles nicht mit. Na ja, hast du eh nichts verpasst, glaub mir. So, genug gefroren, oder? Ja. Gehen wir wieder rein? Ja. Weißt du, wo hier die Toiletten sind? Jo. Komm mit, ich bringe dich. Jörg. Ah, danke. Ist nett von dir. So, kein Problem. Ist Weihnachten nicht auch ein Fest des Schenkens? Wollen wir Ihrer Familie nicht ein Geschenk machen, müssen wir es noch heute mit der Post verschicken. Was meinst du? Den Ring. Nein, nicht den Ring, hat ich es. Ihr Empfänger. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Guten Tag. Ich suche ein Geschenk für eine Dame in den besten Jahren. Oh, das ist ja wunderschön. Nicht wahr. 18 Karat Gelbgold mit einem eingeschliffenen Balian. Viertelkaräter. Ach, nur Viertelkarat. Dann ist es bestimmt nicht so teuer, oder? Sehr preiswert. 1600 Euro. Ja. Wirklich preiswert. Sagen Sie, haben Sie auch Anhänger? So, um die 20 Euro? Oh, danke, Herr Kiech. Gerne. So, Corinna, du bist gerade draußen auf dem Weihnachtsmarkt. Wirklich schöne Christbäume noch auf den letzten Drücker zu finden, ist jetzt wirklich schwierig geworden. Kannst du das bestätigen? Ja, kann ich. We'll find out who's naughty and nice. Santa Claus is calm. Now, this is serious. Redest du mit mir? Du redest mit mir? Hasta la vista, Baby. Noch billiger wären dann nur noch die aus Weißblech. Aber die führen wir nicht. Weißt du mit mir? Das war's. 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 For Eki. Vielleicht auch für mich. Am Heiligabend ein gelungenes Essen gibt. Dann besorge mir bitte ganz dringend ein Gläschen Orangenarmelade. Die brauch ich. Das weiß ich auch nicht, woher du die kriegst. Katz. Georg. Mein Auto. Sagt mir, dass das ein Witz ist. Moment, Anna. Ich bin nicht schuld, mir ist einer draufgefahren. Ich hab Zeugen, die Frau von deinem Chef. Das war nicht deine Frau. Vergiss es. Sie sagen nichts aus. Ist ja alles verbeult. Wieso? Wieso? Weil die wohl jemand hinten raufgefahren ist. Wieso die nichts aussagen? Mensch, weil die eine Affäre haben, die streng geheim ist. Wieso liegt denn da ein Weihnachtsbaum auf meiner Kühlerhaube? Der ist runtergefallen. Wie, runtergefallen vom Himmel oder was? Der hat zerkratzt doch die ganze Mutterhaube. Und was macht denn die ganze Polizei hier? Mensch, das weiß ich doch auch nicht. Jetzt lassen wir mal in Ruhe weiter telefonieren. Wir brauchen Marmelade. Georg, hast du Drogen genommen? Also, verstehe ich das richtig? Sie wollen damit andeuten, der Weihnachtsmann war hier. Ja. Der Weihnachtsmann war hier und hat ihr Geschäft überfallen. Natürlich nicht der echte Weihnachtsmann. Einer als Weihnachtsmann verkleideter Gangster. Das habe ich schon verstanden, Frau Goldkamp. Ich würde mal sagen, dann geben wir doch direkt eine Fahndung raus, oder? Mit welcher Personenbeschreibung? Ja, haben Sie doch gehört. Rote Jacke, rote Hose, schwarz Stiefel, weißer Bart. Sie wollen nach dem Weihnachtsmann fanden? Nicht nach dem Weihnachtsmann. Nach einem als Weihnachtsmann verkleideten Täter. Und Sie meinen, der Täter behält die ganze Zeit das Kostüm an, ja? Wer ist hier der Chef? Wer stellt hier die Fragen? Hat eigentlich irgendjemand hier mein Handy gesehen? Meine Ahnung. Ja, an der Orangenmarmelade. Bekomme ich jetzt endlich eine Antwort? Ja. Unser ganzes Weihnachtsfest irgendwie an mir. Ich muss den Baum besorgen, ich muss die Küche stellen. Jetzt muss ich Orangenmarmelade kaufen, ich habe es mit Fahrerflug zu tun. Du sitzt in der Zeit in der Kneipe und feierst und Alex ist irgendwo bummeln und shoppen. Ich bin überfallen worden. Was? Wann? Eben gerade, beim Juwelier Thies. Und ist ja was passiert? Nein, es ging alles ganz schnell. Nur die Verkäuferin ist ein bisschen durch den Wind. Warum überfällt man nicht beim Juwelier? Oh Mann, Jackie, doch nicht mich. Der Juwelier wurde beraubt. Ruf doch einfach die Polizei. Oberbeck ist doch längst da. Naja, kann der Täter sicher gratulieren. Wie sah er denn aus? Oberbeck, wie immer. Ich meine der Täter. Achso, unverwechselbar. Er war als Weihnachtsmann verkleidet. Wie, als Weihnachtsmann? Weißt du nicht, wie ein Weihnachtsmann aussieht? Moment, seiner ist mir doch vorhin vor das Auto gelaufen. Heute ist Weihnachten, die ganze Stadt wimmelt von Weihnachtsmännern. Aber nicht jeder überfällt ein Juwelier und läuft mir dann vor den Wagen. Das ist doch egal jetzt. Schaff lieber den Baum vor meinem Auto. Fass doch mit an, er muss wieder aufs Dach. Aufs Dach? Bist du irre, das geht nicht. Wie soll ich denn sonst dann subvertieren? Na komm, hör auf. Komm, stell dich nicht so an. Weihnachten ist nur einmal im Jahr. Es war bestimmt mal ein schöner Baum. Wie wahr. Und haben Sie schon einen Überblick, was da alles fehlt? Er hat die ganzen Colliers von der Theke. Die Colliers? Ja, so so. Habt ihr endlich was gefunden? Mein Gott, so ein Handy kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Ich hab's doch bis eben noch bei mir gehabt. Bis eben gerade. Wissen Sie, als ich diesen Revolver plötzlich vor mir sah, da hat er das nicht zufällig gesehen. Was? Mein Handy. Das ist so ein silbernes, metallik silbernes. Nein. Unglaublich. Verschwunden in Sekunden. Und wie der Gangster mich dann anstarrt. Mit dieser Maske. Ja, ja, ja. Schulz? Sagen Sie mal. Können Sie das nicht rasch für mich zu Ende bringen? Wir sind doch eh fast schon mit allem durch. Aber die Spurensicherung. Das hat alles Zeit bis morgen. Ich will jetzt endlich mein verdammtes Handy finden. Ecke, was ist denn jetzt? Was? Na ja, fahr ich oder fährst du? Ach, fahrt schon mal vor. Wo willst du noch hin? Ich geh nochmal zurück in den bunten Vogel. Ich dachte, du hast eure Weihnachtsfeier. Ja, tue ich auch. Aber ich hab da wen getroffen, kurz. Echt? Eine vom Finanzamt? Nicht direkt. Oh, was Ernstes? Oh, dann ist es was ganz Ernstes. Fahrt vorsichtig. Noch einen Unfall überlebt der Wagen nicht. Der Wagen hat überhaupt keinen Unfall. Hier ist doch nichts. Guck doch. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Bring das wieder in Ordnung, egal wie. Ab jetzt fährt nur noch Alex. Also, Herr Oberbeck, ich glaube nicht, dass Sie es hier verloren haben. Na, egal. Wir rücken dann eh ab. Gut, ich sag's den anderen. Wo ist das, verdammte Handy? Hallo? Wir rücken ab! Hallo! Mach sofort die verdammte Tür auf! Jetzt macht doch keinen Scheiß! Mach die Tür auf! Hey! Jolz! Ihr Idioten! Ich bin euer Chef! Wo ist eigentlich Oberbeck? Wahrscheinlich im Streifenwagen. Fifth Christoph! Ich bin euer Chef. Allein besser. Ich bin das. Musik Wenn ich sage, eine auffallend schöne Frau, dann meine ich nicht nur das Äußerliche, sondern die ganze Persönlichkeit, die ausstrahlt. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Hier war bis vor zehn Minuten die Hölle los, Mann. Kann sein, dass ich sie gesehen habe. Kann aber auch sein, dass nicht. Danke. Dafür nicht. Na, Egon? Auch noch da? Eki. Ich dachte, du wärst schon längst zu Hause. Was soll ich denn da? Kenn ich ja alles. Du klingst irgendwie traurig. Weißt du, Egon, ich muss dir was sagen. Vorhin auf dem Klo, da... Ja? Da war doch jemand. Da war eine Frau. Eine ganz ungewöhnliche Frau. Was? Sag mal, soll das heißen, du hast mich aufs Damenklo gebracht? Nein, natürlich nicht, aber sie war trotzdem da. Da vorne kenne ich noch einen Laden, der hat bestimmt offen. Sieht zu aus. Ist auch zu. Weißt du, es gibt so Frauen, für die würde ich alles machen. Einfach alles. Ja. Mag sein. Und ich glaube, die Frau braucht Hilfe. Hilfe? Wieso? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist da in etwas reingerutscht und... und jemand braucht, der ihr da wieder raushilft. Ja, verstehe. Schon allein aus dem Grund würde ich sie wahnsinnig gern wiedersehen. Glaub mir, Ecki, ich würde viel drum geben, wenn ich sie dir zeigen könnte. Vielleicht gibt dir ja das Schicksal einen Wink. Aber wann? In einem Monat. In einem Jahr. Ja. Oder vielleicht gerade jetzt. Mensch, Georg, das war jetzt der fünfte Laden. Wir sollten es echt langsam aufgeben. Ich habe schon immer geahnt, dass wir nicht am Nabel der Welt leben. Aber dass wir so weit weg leben vom Nabel der Welt. Hallo, es ist Weihnachten. Heilig Abend. Um diese Zeit ist in ganz Deutschland kein Mensch mehr unterwegs und sucht Orangenmarmelade. Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Aber ich habe es Anna versprochen. Und deshalb, nur deshalb... Ich habe wenigstens das Fenster zu. Ich friere. Es geht nicht, sonst fällt der Baum runter. Sag mal, der Weihnachtsmann-Räuber. Wohin ist denn er eigentlich so schnell verschwunden nach dem Überfall? Ich sage nur, Rhoda, the Red Nose, Reindeer. Mehr fällt dir nicht ein? Nee. Ach komm, Georg, ich habe keine Lust mehr. Lass uns zurückfahren, jetzt sowieso alles zu. Na gut. Ja, was ist denn jetzt? Guck mal, da vorne, der Weihnachtsmann. Ich glaube, das ist er wirklich. Alex, ich will dir ja nicht unnötig wehtun. Aber das ist nicht der Weihnachtsmann. Weißt du, im richtigen Leben gibt es gar keinen Weihnachtsmann. Das ist... Idiot. Mann, ich meine, der Typ sieht aus wie der, der mich heute in der Stadt angerempelt hat. Kurz vor dem Überfall in der Nähe von einem Juwelier. Du meinst, das ist der Räuber? Ja, könnte doch sein. Wo will denn der hin? Was haben wir hinterher? Na gut. Vielleicht hat der ja Orangenmarmelade im Sack. Was macht der denn da? Der klettert übers Geländer. Das ist doch verdächtig. Ach, ein Mann auf der Brücke ist doch nicht verdächtig. Auch wenn er... Oh, scheiße. Der will springen. Hallo, Sie da! Kommen Sie mal da runter, das ist gefährlich. Sie können sich doch was antun. Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Georg Wilsberg. Wir sind hier zufällig vorbeigekommen und wir dachten... Naja, wir dachten, wir könnten Ihnen vielleicht helfen. Helfen? Wie? Wieso helfen? Naja, jeder im Leben braucht mal ein bisschen Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Warum denn nicht? Weil man niemand mehr helfen kann. Aber wir können es doch wenigstens versuchen. Nein. Es ist zu spät. Ach, hören Sie, es ist Heiligabend. An so einem Tag ist nie etwas zu spät. Reden Sie nicht. Wenn Sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben. Fehler? Einen? Ich habe tausend Fehler gemacht. Na, ist doch prima. Dann haben wir wenigstens Gesprächsstoff. Jetzt kommen Sie mal da runter. Mein Patenkind wird schon ganz nervös. Kind? Lass uns froh und munter sein. Scheiße! Das hat alles keinen Sinn mehr. Ja, ich bin erledigt, ruiniert. Geldprobleme? Aber das ist doch ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Ja, weil Liebeskummer wäre ich jetzt nicht so der Spezialist gewesen. Aber mit Geldproblemen kenne ich mich aus. Wohl wahr. Haben Sie auch Steuern hinterzu? Ah, Steuerschulden, das ist das Problem. Na ja, die hat doch heutzutage fast jeder. Ich habe mich selbst angezeigt. 600.000 Euro. Oh, dann sind Sie doch ein ganz erfolgreicher Mann. Ich meine, um dem Staat 600.000 Euro zu schulden, dann müssen wir auch mal was verdient haben. Die heiße Bolsen. Spielwaren Bolsen. Sagt Ihnen das was? Ja, ich kaufe im Moment nicht so viel Spielzeug. Das Kind ist aus dem Alter raus. Gegründet 1890 von meinem Großvater. Von ihm stammt auch die Tradition, dass der Inhaber am Heiligabend als Weihnachtsmann den Kindern im Waisenhaus Geschenke bringt. Jedes Jahr. Nur dieses Jahr. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Es ging einfach nicht mehr. Wir hatten Nachtläden. In bester Lage. Von Köln bis nach. Bielefeld. Wieso Bielefeld? Ich dachte, hätte irgendwie gepasst. Die Gewinne sprudelten jedes Jahr stärker. Und dann komme ich auf die Idee, Sie vielleicht einfach mal umzuleiten. Luxemburg. Nach Liechtenstein. Und das ist dann rausgekommen? Ja, und dann hat mich meine Frau verlassen und dann kommen auch schon die Gangster. Die Steuerfahndung? Nee, richtige Gangster. Schutzgeld-Erpresser. Wer 600.000 Euro Steuerschulden hat, der kann auch uns bezahlen, sagten Sie. Lassen Sie mich aus eigener Erfahrung sagen, Herr... Bohlsen. Herr Bohlsen, es gibt wichtigere Sachen als Geld. Ja? Was? Na ja, zum Beispiel, dass wir diesen Tannenbaum wieder aus dem Auto kriegen. Jetzt können Sie uns mal helfen. Dafür fahren wir Sie dann in Ihr Waisenhaus. Aber... Kein Aber. Die Kinder warten. Alex, bring den Sack mit. Ja, kommen Sie. Ich meine. Tun Sie sich keinen Zwang an, mein Freund. Sie können hier ruhig lauter schreien. Das hört sich kein Mensch an. Ja, kein Mensch. Doch, Sie haben Geld und wir wissen es. Ich habe Diamanten gekauft. Große Lieferungszeile. Diamantenschirm. Und wo sind die jetzt? Wo wir jetzt sind? Im Tresor. Wo? Im Tresor. In welchen? In mir. In Ihrem Laden. Interessant. Und gibt es da auch zufällig einen Schlüssel zu diesem Tresorraum? Ich hasse diese Gewalt. Wo sind die Schlüssel? Wo sind die Schlüssel? Lothar, der Wagen da draußen. Willst du nicht gleich ein Schild hinstellen, dass wir hier sind? Fahr ihn bitte weiter weg. Wie weit? Irgendwohin, wo er nicht auffällt, du Neandertaler! So, Margaret. Das wird uns das Feuer zurückbringen. Duck dich, Leber. Es kommt. Du, ich muss dauernd an diesen Mann im Kofferraum denken. Ach, der. Dass der vielleicht Familie hat und die sitzt jetzt daheim und wartet auf ihn. Und dieser arme Mann, der liegt da. Du steigst dich da in das rein, glaub mir. Ich mein, vielleicht warst du nur einen Müllsack oder so. Die sehen manchmal so ähnlich aus. Sag mal, bist du verrückt? Ich hab den ganz genau gesehen. Ich hab da auch was gesehen. Ich will das jetzt nicht! Ja, aber... Was sollen wir denn machen? Wir könnten zur Polizei gehen. Margaret, ich bitte dich. Ich würde natürlich sofort aussagen, aber... Du weißt doch, wenn meine Frau dann erfährt, dass wir schon früher von der Feier weg sind und... Ich will das ja nicht deiner Frau sagen, ich will es der Polizei sagen. Mein Gott, die Polizei. Die legen Akten an, Protokolle und überall steht dann mein Name mit drin. und immer neben deinem. Es wird doch alles öffentlich. Aber ich kann doch nicht so tun, als wenn da nichts gewesen wäre. Du musst das doch irgendjemandem erzählen. Erzählst du einfach mir? Und während du es mir erzählst, da können wir doch... Hör auf! Ich will zur Polizei gehen. Ja, da hast recht. Lass uns morgen zusammen da hingehen und... Nein, jetzt. Ich will jetzt zur Polizei gehen. Genau das eben nicht. Hallo, na? Ach, Eki, Gott sei Dank. Herr damit. Was? Die Orangenmarmelade. Welche Orangenmarmelade? Schick dich nicht, Georg. Nein. Moment. Ähm, kann ich reinkommen? Ja, aber nur kurz. Wow. Diese Küche hier ist eine Katastrophe. Also dieser verdammte Ofen, die Tür scheint ja wohl festgebacken zu sein. Ich ärgere mich tot über diese blöde Küche. Ja, ich weiß. Da gibt's einen Trick. Georg und ich, wir haben letztens Tiefkühlkasten aufgetaut. Der Backofen. Ja, er hat doch keine Mikrowelle. Also, ganz einfach. Guck. Interessant. Vielen Dank. Jetzt kannst du verschwinden. Ich hab zu tun. Ähm, ich... Ich hatte auch ein Problem, bei dem du mir helfen könntest. Rein theoretisch. Als Küche? Als Kommissarin. Heute ist Weihnachten, ich hab Dienstfeil. Ja, ist schon klar. Aber ab wann muss man so eine Straftat eigentlich bei euch melden? Was? Ich meine, angenommen, ich hab den Verdacht, da hat jemand eine Bank überfallen. Und ich hab das mitbekommen. Aber... ich bin mir nicht sicher. Du hast gesehen, wie jemand eine Bank überfallen hat? Nein, natürlich nicht. Dann ist ja gut. Aber ich meine, wenn... Wenn was? Wenn ich sowas mitbekommen hätte. Du musst es sofort anzeigen. Aber wenn ich mir nicht... nicht sicher bin? Okay. Gemeinhin sind sich Menschen sicher, ob sie Zeugen eines Banküberfalls wurden oder nicht. Ja, natürlich. Kann es sein, dass die irgendwie langweilig ist? Nein, nein. Ich war auf dem Weg zur Uni und da bin ich gerade hier vorbeigekommen und... Zur Uni? Was willst du denn in der Uni? Ach, nichts. Nur wen treffen. Vielleicht. Ich bin auch schon zu spät. Vielen Dank. Ach, ähm... Noch was. Frauen. Frauen? Rein statistisch gesehen ist es doch eher unwahrscheinlich, dass die was Kriminales machen, oder? Ein Banküberfall. Ja. So in der Art? Ich weiß ja nicht, ob dich das jetzt eher beruhigt oder beunruhigt, aber der Anteil weiblicher Täter an Gewaltdelikten beträgt ungefähr 14%. Das heißt, Frauen machen sowas selten. Sehr selten. Gut. Ich meine gut zu wissen. Ich muss dann auch mal schnell weiter. Vielen Dank. Bis später. Lonneheide. Hier war ich noch nie. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass wir da hinfahren, wirklich. Auch wenn die Opi-Stände nicht so sind. Wissen Sie, was Ihnen fehlt, Herr... Ohlsen. Meine ich ja. Ein guter Anwalt. Ein guter Anwalt und schon sieht die Welt ganz anders aus. Wissen Sie, unsere Kanzlei ist eine der besten... Alex! Was denn stimmt doch? Trotzdem. Was bist du denn so grantig? Ich bin nicht grantig. Ich denke nur nach. Und worüber? Dieser merkwürdige Zufall. Kaum offenbart unser Weihnachtsmann hier dem Finanzamt seine Schwarzgeldkonten, da tauchen wie aufs Stichwort Erpresser auf. Der Teufel tanz gern viele Tänze, sagt mein Großvater. Als er... als er... Na ja. Ich würde nur gern wissen, mit wem. Wie mit wem? Na ja. Ob unsere Erpresser vielleicht einen Informanten haben beim Finanzamt? Ein Informant? Und wer bitte soll das sein? Äh, Entschuldigung. Fähre ich mal hin an, ja? Hallo? Kann das sein, dass Sie da meine Weihnachtsmannjacke haben? Ich habe meine nämlich verloren. Und die sah genauso aus wie die da in Ihrer Hand. Sehen Sie? Der weiße Flüscher am Ärmel. So was haben die nur zwei oder drei. Verloren, ja? Und wenn ich nicht das komplette Set zurückgebe, wollen die mir mein Geld nicht bezahlen. Wo haben Sie die Jacke dann verloren? Ach, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Wieso? Auf der Männertoilette von der Bierkneife. Auf der Männertoilette? Ist eine längere Geschichte. Das macht nichts. Ich habe gerade Zeit. Kaffee? Ja, das macht der Aster jedes Jahr. Das ist eigentlich leicht verdientes Geld. Man bekommt die Adressen von ein, zwei Familien, droht mit der Route, übergibt die Geschenke, fröhliche Weihnachten, dann kommt auf Wiedersehen. Hört sich ja locker an. Ja, nur dieses Jahr hatte ich Pech. Keine nette Familie, dafür einen Kegelclub. Schon mittags betrunken. Hätte ich mir gleich denken können. Die hatten extra eine Frau als Weihnachtsmann bestellt. Klingt ziemlich eindeutig. War es auch. Ein einziges Begrabsche und Betatschen. Und die wurden immer zu dringlicher, als je mehr sie tranken. Aber zum Glück hatte ich die ja dabei. Äh, ein Revolver? Keine Angst. Das sind nur Platzpatronen. Da vorne bei der alten Betriebs- Tankstelle, da können Sie mich rauslassen, bitte. Die letzten Meter laufe ich dann alleine. Sind Sie sicher? Ja, geht mir schon besser. Außerdem haben Sie ja recht. Man soll die Kinder nicht enttäuschen. Man soll das nicht an Weihnachten. Ich bin übrigens Eki. Nadja. Letzt Sie kennenzulernen, Nadja. Gleichfalls. Wir können aber auch du sagen. Ja, klar, gerne. Wie, und da musstest du regelrecht vor diesem Kegelclub flüchten, oder wie? So sah es aus. Ja, und dann musste ich erst mal raus auf die Straße. Und dann bin ich erst mal rein in die nächstweste Kneipe, aus Klo, um erst mal die Klamotten zu wechseln. Und die Jacke, die hat auf dem Waschtisch gelegen, oder? Ja, genau. Gut, dass du sie gefunden hast. Ach ja? Sonst würden wir beide jetzt nicht hier sitzen. Stimmt. Ab und zu ist es komisch, das Schicksal. Du meinst, das Schicksal hattest du gewollt? Was glaubst du? Naja, könnte schon sein. Es war gut, mit ihnen zu reden. Ich meine, wir kennen uns ja kaum. Sie hätten ja auch vorbei, Frank. Die Wahrscheinlichkeit war ziemlich gering. Ich glaub's ja wohl nicht. Was denn? Da drüben, ein Kiosk, und ich glaub, er hat offen. Ich wünsch Ihnen alles, alles Gute. Ich muss mich jetzt beeilen. Da drüben ist unsere letzte Chance. Auf Wiedersehen, Herr... Bohlsen. Meine ich ja. Geht um Orangenmarmelade. Ja, natürlich. Was wollte ich sagen? Danke. Und wenn Heiligabend ist und auch wenn ich keine Familie habe. Es darf aber keine Lösung sein. Der Weihnachtsmann hatte noch nie Familie. Wie? Der Weihnachtsmann hatte noch nie Familie. Ja, stimmt. Aber er hat eine Aufgabe. Denken Sie mal dran. Sie werden gebraucht. Ja. Ja. Danke. Sie wünschen? Sie haben geöffnet. Ja, hätten wir zu, wäre ich nicht da. Ja, stimmt. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig Orangenmarmelade. Doch. Warum? Sie haben welche? Ein Glas. Steht schon ziemlich lange hier. Wollen Sie die wirklich? Klar, her damit. Wie heißt das sauber Wort? Sofort. Wie heißt das? Das war fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Ostern auch. Was tust du hier? Ich suche ein neues Auto. Wie viele haben wir drauf? Ich meine so Kilometer. Du wirst kein neues Auto mehr brauchen. Du auch nicht. Oh, scheiß Gott. Keine Angst, der lebt noch. Ich habe die Marmelade. Das war das letzte Glas. Das war das. Hallo? Anna? Oh, Georg. Hast du die Marmelade? Ja. Also, nein. Sagen wir, wir hatten sie. Vorübergehend. Aber deswegen rufe ich nicht an. Anna, ich bin da was auf der Spur. Moment, Moment. Also, Georg, entschuldige bitte nicht, dass ich da was durcheinander bringe. Du redest von Raubüberfall, Kidnapping, Fahrerflucht, Schutzgelderpressung und was? Möglicherweise Mord. Einen Tatverdächtigen haben wir rumliegen. Mensch, Anna, ich weiß, dass du frei hast. Nein. Die Ente muss in den Ofen. Der Tisch ist nicht fertig gedeckt. Der Baum ist auch noch nicht da. Und überhaupt, deine Küche ist eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, wie man in einer derartigen Küche arbeiten kann. Nichts hast du. Der Kühlschrank steht auch nur in der Ecke, damit sie nicht so leer aussieht. Anna, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich sage nein. Und wenn dann nur für fünf Minuten. Er sollte doch nur Marmelade kaufen. Darf ich dir mal was sagen, Nadja? Ja, gerne. Ich könnte immer mit dir reden. Ohne aufzuhören. Und ich höre dir auch gern zu. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich muss jetzt aber doch noch schnell das Kostüm abgeben. Sonst geben die mir mein Geld nicht. Ja, klar. Ähm, suchst du, suchst du das hier? Oder, oder das? Ach, du hast das. Das musste ich vorhin abnehmen. Es hat nicht zum Weihnachtsman-Kostüm gepasst. Ist es wertvoll? Schön wär's. Du, ich muss jetzt echt noch schnell das Kostüm. Wartest du hier? Ja, klar. Und wenn ich wieder da bin, erzählst du mir, warum du auf dem Klo den blinden Mann gespielt hast. Bis gleich. Die Mordkommission? Worum geht es denn? Um Mord. Sie haben einen Mordbecker? Das ist ja ein Unsinn. Ich habe einen Mord gesehen. Also nicht den Mord, sondern das Opfer. Möglicherweise gesehen. Ihr kamen gerade von einer Weihnachtsfeier und hatten schon ein kleines bisschen Intus. Ich habe alles ganz genau gesehen. Ein Mann lag blutend im Kofferraum von einem Auto. Von welchem Auto? Von einem Auto. Und der Kofferraum ging auf, als sich vorne der Mann draufsetzte, dem die vorher draufgefahren sind. Verstehe. Sie verstehen gar nichts. Ich möchte jetzt den Chef der Mordkommission sprechen. Es tut mir leid, Hauptkommissarin Springer hat heute frei. Sie wird hier wohl einen Keks, wird einen Stellvertreter haben. Das ist Kriminalkommissar Overbeck. Ja, dann möchte ich den jetzt sprechen. Es tut mir leid, der ist momentan nicht im Haus. Dann geben Sie mir seine Nummer und ich rufe ihn an. Margot, er ist doch außer Haus. Ja, die Handynummer, der wird doch nicht aus der Welt sein. Oder? So, jetzt hätten wir das also auch erledigt. Ja, und wo? Ein, zwei Stimmchen haben wir ja noch, wir zwei hübsch. Was machst du da? Ja, diesen Overbeck anrufen, was denkst du denn? Aber doch nicht jetzt. Aber hast du irgendwie Angst vor der Polizei? Hast du irgendetwas zu verbergen? Unsinn, ich meinte doch nur... Egal, ich werde jetzt eine Aussage machen. Aber das hast du doch gerade. Das war doch keine Aussage. Ich will eine richtige Aussage. Vor einem richtigen Beamten. Arschloch. Angenehm, Wilsberg. Regen Sie sich nicht auf. Ich will eigentlich nur wissen, was hier genau los ist. Wir machen dich fertig. Ah, Sie haben Komplizen. Wer gehört noch dazu? Apparat Overbeck. Ja, guten Tag, Herr Offenbeck. Mein Name ist Margot Engel. Und ich bin Zeugin eines Mordes. Ja, ein Mann. Ein Mann leblos im Kofferraum eines Autos. Aha. Gaststätte Bunter Vogel, verstehe. Sie waren also Zeugin des Auffahrunfalls? Ja, aber hauptsächlich geht es jetzt ja erst mal um den Mann im Kofferraum. Er hat geblutet und sah, der sah schrecklich aus. Naja, und warum kommen Sie jetzt mit dieser Aussage? Sie haben den Tatort verlassen, nicht wahr? Statt diesem unschuldigen Autofahrer zu helfen, der Opfer eines Auffahrunfalls geworden ist, laufen Sie einfach weg, nur weil Sie Angst haben, dass Ihre Affäre mit dem Chef des Finanzamts aufliegt. Dabei weiß doch die ganze Stadt, dass Sie mit dem ins Bett steigen. Frohes Fest, Frau Engel! Was ist das? Die Polizei weiß von uns. Wir schließen jetzt. Ich verstehe. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Äh, Entschuldigung! Einen Moment, bitte! Talgötter, Finanzamt Münster. Es geht um den driegenden Verdacht der Steuerhinterziehung auf der Basis nicht angemeldeter Tätigkeiten. Was? Ich will die Liste aller Studenten, die heute als Weihnachtsmann unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, Hauptsache ich weiß. Ich kann das auch alles gerichtlich erwirkend verbringen. Wir beide heute Heiligabend vorm Richter. Wenn's heim muss, die ganze Nacht. Wollen Sie das? Oder lieber die schnelle Variante, bei der Ihr Name gar nicht auftaucht? Also. Die Liste. Danke. Nadja Weissmüller, kennen Sie die? Ich? Gut aussehend. Sehr gut aussehend. Hier muss wohl gerade erst Ihr Kostüm abgegeben haben. Ach so, die, ja, ja. Die war eben da, das war die letzte. Ja, das hier, das ist Ihre Adresse, ja? Denkt schon, ja. Der Bundesfinanzminister bedankt sich für Ihre Kooperation. Okay, wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Eventuell Nötigung, da könnte ich ihn dran kriegen. Aber du sagst ja was von Mord. Das hab nie ich gesagt, sondern die Zeugin. Wo ist denn diese Zeugin? Und wo ist die ominöse Leiche? Im Kofferraum. Ich mein, da lag sie. Also, nicht die Zeugin, sondern die Leiche. Und das hast du mit deinem mobilen Labor bereits festgestellt. Hier, dieser Ring. Von Flomarkt. Ein Geschenk für mich zu Weihnachten, ja? Anna, den hab ich im Kofferraum gefunden. Der ist spurentechnisch vollkommen wertlos. Du hast ihn hundertmal angefasst. Zeig mal. Ja, nix da. Ein Beweisstück in einem Fall, in dem keine Sau weiß, was das überhaupt für ein Fall ist. Und für solche Fälle komm ich natürlich gern hier raus. Ich kenn das Waffen. Ach ja. Echt? Woher? Klar. Das Wappen, derer von tut und tat nix. Also echt, Leute, es reicht. Wenn ihr wollt, dass es heute Abend nur Graubrot gibt. Mit nix drauf. Dann kann ich ja noch ein bisschen bleiben. Jetzt wartet doch mal. Ich hab das wirklich schon mal gesehen. Neulich. Nein, heute. Genau, vorhin. Nein, das ist das Logo von diesem Juwelier, der heute überfallen wurde. Juweliert hieß, ist er sicher? Hundert Pro. Aber an dieser Überfallsache ist doch Overbeck dran. Wo steckt denn er eigentlich? Was will uns der Weihnachtsmann damit sagen? Genau, dass es nicht wichtig ist, ob man arm ist oder reich. Der Weihnachtsmann will uns daran erinnern, dass es auf andere Dinge ankommt im Leben. Nicht auf Geld und tolle Geschenke. Ich halte das nicht mehr aus. Damit ist der Fall doch klar. Ich sehe weder einen Fall, noch sehe ich klar. Anna, vorhin wurde ein Juwelier überfallen. Ich finde in diesem Kofferraum Blut und einen Siegelring, der vermutlich dem Besitzer des Ladens gehört. Den der Kale, den Sie gerade festgenommen haben, wahrscheinlich umgebracht hat, oder? Unser vorläufiges Ermittlungsergebnis. Aber das ist doch keine Ermittlung. Wir nehmen einen Mann als Mörder fest und suchen die passende Leiche. So geht das nicht. Anna, du solltest auf jeden Fall versuchen, rauszufinden, wo der Juwelier geblieben ist. Sobald es eine Vermisstenanzeige gibt. Aber vermutlich sitzt euer Juwelier im Kreise seiner Lieben und bereitet sich auf ein besinnliches Weihnachtsfest vor. Wo bleibt eigentlich Lothar? Gut, Herr Thies. Wer hat den Schlüssel zum Tresorraum? Wer? Interessant. Gute Neuigkeiten, Chef. Diamanten im Wert von einer halben Million. Ja, gut. Und wann genau? Ja, natürlich werde ich da sein. Ja, bis dann. Tja, Party vorbei, Ecki weg. Feierabend. Wir suchen einen Freund. Ach ja? Schön für Sie. Aber da sitzt du im falschen Lokal. Schmaler Typ, lange Koteletten. Der war auf der Suche nach einer Frau. Ja, da war so einer, der wollte wissen, ob ich seine Traumfrau gesehen habe. Denkt man immer, die vom Finanzamt sind seriös. Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Ah, das heißt, er hat da mit diesem Typen zusammengesessen. Hey, Sie da! Wir haben Feierabend. Wir machen gleich zu. Frohes Fest. Entschuldigen Sie. Ja? Nein, ich meine, Entschuldigen Sie. Ja? Wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Freund, Ecke Thalkötter. Ja, haben Sie ihn gesehen? Alex. Ich meine, gehört? Ecke. Ja, der Wirt hat uns gesagt, dass er hier gesessen hat. Ja, das stimmt. Ja, und wo ist er jetzt hin? Ja, er war ein bisschen durcheinander. Er hat da wohl irgendwie eine Frau kennengelernt. Und mit der Frau ist er jetzt weg? Nee, die Frau war, glaube ich, schon nicht mehr da. Also, die Erzählung war ein bisschen wirr. Aber Ecke und seine Frauen sieht keiner durch. Alex. Ich meine, ist wirklich verwirrend, stimmt. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen kann. Macht ja nichts. Trotzdem, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und auch... Bis bald. Wiedersehen. Sie geben also zu, Herrn Wilsberg mit einer Waffe bedroht zu haben? Nein, ich dachte, der ist ein Radiotip. Und was schnüffelt der da am fremden Wagen herum? Bestimmt so ein kleiner Genove. Bestimmt, ja. Ich wollte ja gerade die Polizei anrufen. Aber da wurde ich schon von hinten erschlagen. Schauen Sie mal. Ja, und da will ich auch noch eine Anzeige erstatten gegen diese komische Frau da. Sagt Ihnen der Name Thies etwas? Friedhelm Thies? Nie gehört. Wer soll das sein? Ein Juwelier. Sein Laden wurde heute gegen 13 Uhr überfallen. Wo waren Sie denn zu dem Zeitpunkt? Spazieren. Vermutlich alleine. Ja. Und die Waffe? Hab ich gefunden. Ich nehme ihn mal an, auch auf dem Spaziergang. Ja. Ja. Gut, um es kurz zu machen. Zur Klärung der näheren Umstände bleiben Sie in Gewahrsam. Oberbeck, abführen. Wo steht der eigentlich? Mein Papa sagt, kein anderes Lied vermittelt so sehr das Gefühl von Ruhe und Stille wie dieses. Die Hitze des Alltags. Heiligabend fällt sie von ihm ab. Endlich Zeit, die Stille zu genießen. Aber Mama sagt, das sei Quatsch. Sie muss nämlich kochen. Halt die Klappe. Stille nach. Na also, geht doch. Margot, zum letzten Mal. Das ist völlig absurd. Ein Informant der Polizei im Finanzamt, der uns bespitzelt, das ist absolut abwegig. Sie haben schon ganz andere Firmen ihre Leute ausspioniert. Ja, im Vorstand. Aber du bist doch nur eine kleine... Ich meine, du arbeitest nicht auf Hilfs der Ebene. Und wann zum Teufel kommt dir endlich ein Taxi? Sprühe doch nicht so rum. Ich bin doch eh gleich zu Hause. Ja, du, aber ich nicht. Gudrun wartet sicher schon langsam mit dem Essen. Ja, und was wird aus mir? Was wird aus mir heute Abend? Margot, jetzt werd bitte nicht sentimental. Außerdem hättest du jemals den polnischen Heringsdorf meiner Frau gegessen. Du würdest dir wünschen, Weihnachten würde nie stattfinden. Taxi! Erst zu mir, dann zu dir. Herr Grabowski? Ja, hallo. So eine Überraschung. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ah. Sie sind in Begleitung einer Dame. Ich? Nein, wieso? Ich dachte nur, da ist so ein Duft. Das, ähm, bin ich. Ein neues Rasierwasser. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich bin etwas in Eile. Zahlen Sie aber, es riecht wirklich sehr feminin. Ja, aus Frankreich. Ich komm grad von unserem Fest. Aber da ist keiner mehr. Na ja, siehe ja auch nicht mehr. Tja, Termine. Frohes Fest noch. Frohes Fest. Frohes Fest. Und dann fragst du mich, woher alle Welt von uns weiß. Weil wir doch gleich ein Blöcke hatten in die Kantine. Bist du sicher, dass es da drüben ist? Es gibt in ganz Münster nur einen, der Thies heißt und Juwelier ist. Buchenallee 12. Mal eine ganz andere Frage. Wie lange wollen wir denn hier noch rumsitzen? Alex, wir machen's wie immer. Erst Ort servieren, dann inspizieren. Soll das einfach heißen, du willst da einbrechen? Heute, an Heiligabend. Einbrechen. Was willst du denn da drin überhaupt suchen? Orangenmarmelade. Georg, wenn du meinst, das wäre jetzt witzig, dann lass dir eins gesagt sein. Das ist doch. Ecki. Was will denn der hier? Orangenmarmelade. Irrewitzig. Oh. Frohe Weihnachten. Frohe. Wohnst du hier? Ja. Dein Name steht gar nicht an der Tür. Muss er das? Schöne Villa. Deine Bude? Bestimmt hohe Miete. Hast du deswegen den Juwelier überfallen? Hör zu, Ecki. Ich kann dir das alles erklären. Das musst du gar nicht. Ich kann's mir schon denken. Es wäre nur nett gewesen, wenn du irgendwas gesagt hättest. guhności.